Filmfights, das knallharte Film-Battle, wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card. Filmfights. In dieser Folge treffen aufeinander Marco Risch, Dominik Porschen und Florentin Will. Heute in der Rolle des Judges Etienne Gardet. Also Filmfights, herzlich willkommen heute ganz außen. Ich freue mich sehr, dass er wieder da ist. Zum ersten Mal allerdings bei Filmfights, muss man an der Stelle sagen, Marco Risch ist am Start. Vielen Dank. Ich freue mich auch hier zu sein. Ich bin noch ein bisschen nervös. Wir haben vorhin ein bisschen drüber geredet, weil wir zwei haben ja irgendwie einen Ruf zu verlieren. Florentin sitzt hier in der Unterhose, deswegen, er hat anscheinend nichts zu verlieren. Ja, da ist was dran, aber wir müssen das jetzt noch nicht auflösen, Florentin. Marco, ihr kennt ihn natürlich, er war schon bei uns bei Kino Plus ein paar Mal zu Gast. Und Nerdkultur ist ein YouTube-Channel, wo es tolle Filmanalysen von dir gibt. Ich freue mich sehr, dass du da bist, ein harter Konkurrent heute für einen weiteren Gast. Wobei, Gast muss man ja gar nicht sagen. Es ist ja eigentlich unser Very Own, das erste Mal bei Filmfights, aber natürlich schon einem Trilliarden Mal bei uns schon gewesen. Natürlich Dominik Porschen am Start. Und Dominik, ich habe gehört, du gehst auf Tour. Ja. Ja. Wirklich? Ab September? 3. September. 3. September. Was machst du am 13. September? Da bin ich, glaube ich, mit dem letzten Tourstopp in Berlin und weiß, dass Daniel Schröckert unser Special Guest ist! Wow! Mein Gott! Gibt es ja nicht. Die Tour heißt, Spoil doch, es gibt noch Karten, also könnt ihr euch für die Kulturbrauerei zum Beispiel in Berlin am 13.9. eine Karte kaufen oder zwei oder drei oder vier und Dominik Porschens Programm sehen mit Daniel Schröckert als Special Guest. Und in Düsseldorf Steven Gäthien. Hä? Und in Düsseldorf haben wir Steven Gäthien. In Düsseldorf haben wir die, du hast sie einfach alle. Wir haben ihn nicht bekommen für hier, aber du hast ihn bekommen. Steven, der steht noch aus. Und damit, was? Ja. Okay. Und außerdem am Start Florentin Will. Ja. Vielen Dank. Ähm. Ja. Freut mich. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich freue mich auf die Runde. Ich habe großen Respekt und bin gespannt. Cool. Aber ich weiß, dass Etienne natürlich wie immer fair und objektiv bewerten wird in diesem sehr fairen Kampf heute. Cool, Florentin. Und dann haben wir natürlich unseren geliebten Fact-Checker. Und das ist kein geringer als Daniel Schröcker. Ich hoffe, ich bin jetzt drauf. Ich habe keine Ahnung. Ich habe hier keinen Fotoschau-Monitor. Du bist drauf. Ich bin drauf. Ja, sehr gut. Hallo da draußen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Filmfights. Und wie immer wollen wir von euch ein paar Finalfragen haben. Also haut in die Tasten unter dem Hashtag Filmfights. Und wenn ihr wollt, ja, ist euch überlassen, aber ich fände es sehr schön, wenn ihr uns auch ein paar Bilder schicken würdet. Nämlich, haltet zwei DVDs oder Blu-Rays in die Kamera, also zwei Filme in die Kamera halten, fotografiert das ganze Ding unter der Fragestellung, welcher Film tut mehr weh? Und das müssen dann unsere Kandidaten im Finale entscheiden. Bis dahin, viel Spaß. Können wir das jetzt schon wissen? Welcher Film? Ich glaube nein. Die werden erst noch eingeschickt. Ähm, ja stimmt, die werden ja erst noch eingeschickt. Das dann. Ähm, wir haben heute ein bisschen eine besondere Folge. Also sie steht ein bisschen unter dem Stern von Quentin Tarantino. Am Donnerstag kommt sein neuer Film in die deutschen Kinos Once Upon a Time in Hollywood. Drei von vier Leuten, die haben den schon gesehen. Kurz mal Hand hoch, wer das ist. Und ich hab mir gedacht, das ist doch ein guter Anlass, um heute mal ein paar Quentin Tarantino Fragen zu stellen. Ist zeitgleich auch mein Lieblingsregisseur. Das heißt, es geht auch ein bisschen darum, heute für euch um mein Herz zu erobern. Darum geht's ja immer. Darum geht es eigentlich immer. Ähm, aber heute im ganz Speziellen. Und deshalb kommen wir auch direkt zur allerersten Frage hier bei Filmfights in Runde eins. Und die Frage lautet relativ simpel. Welches ist der beste Film von Quentin Tarantino? Will jemand freiwillig anfangen, Florentin? Ich kann gern anfangen. Super. Kann man machen. Ja, Quentin Tarantino ist ein Regisseur, der vor allem für seinen prägnanten und glasklaren Stil bekannt ist. Und ich finde aber, dass bei vielen seiner Filmen der Stil auch irgendwie so ein bisschen zum Selbstläufer geworden ist. Irgendwie so ist dieser Kultregisseur. Man hat eine gewisse Erwartungshaltung, wenn man reingeht. Und deswegen finde ich von seinen Filmen eigentlich den Film interessant, der dann noch am reinsten ist. Den Film nämlich, den er gemacht hat, als er noch nicht Quentin Tarantino war, sondern als er nur noch ein ganz, sag ich mal, unbedarfter, naiver, voller Hoffnung steckender Filmemacher war. Und deswegen habe ich als seinen allerbesten Film seinen ersten Film genommen, Reservoir Dogs. Alles klar. Kurz und prägnant. Dann gehen wir nach außen. Weiter, Marco. Die Frage nach dem besten Quentin Tarantino-Film ist eigentlich eine sehr leicht zu beantwortende Frage, weil wenn man beliebige Medienstudenten fragt oder wenn man einfach auf IMDb schaut, ist eine der häufigsten Antworten Pulp Fiction. Also, ich glaube, so 20 bis 30 Prozent aller Medienstudenten, die ich hier gefragt habe, haben immer gesagt, Pulp Fiction ist ihr Lieblingsfilm. Wenn ich auf IMDb nachschaue, ist bei den Top 10 Filmen der Welt immer noch dabei. Demnach objektiv gesehen der beste Quentin Tarantino-Film. Aber das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, es gibt eine Handvoll Filme in jedermanns Leben, die wirklich das Leben beeinflusst haben. Also, nicht mehr als fünf. Und einer dieser Filme, wenn nicht sogar der wichtigste dieser Filme, ist für mich Pulp Fiction tatsächlich. Als ich ihn mit 13 gesehen habe, hat er meine ganze Perspektive darauf, wie Filme funktionieren und wie man Filme sieht, geändert. Die Dreieckstruktur, wie offen er damit umgeht mit den Kapiteln, vor allem wie er mit Zeit umgeht in diesem Film. Das hat nicht einfach geflasht. Das hat sogar auch Christopher Nolan geflasht. Der hat das Drehbuch von Pulp Fiction gelesen, bevor der Film im Kino war tatsächlich. Und basierend darauf sich, wie soll ich sagen, entschieden, mit dem Thema Zeit im Film anders umzugehen. Deswegen ist Memento auch so ein wichtiger Film seiner Filmografie. Es ist nicht sein erster Film, aber es ist so ein wichtiger Film seiner Filmografie, weil er da eben auch asynchron die Zeit achronologisch erzählt. Und das ist von Pulp Fiction beeinflusst. Und das macht er ja bis heute. Selbst in seinem kommenden Film Tenet wird es um die Zeit gehen. Also von all den Filmen in den letzten 30 Jahren hat kaum ein Film, wenn nicht gar kein Film, die ganze Filmgeschichte so sehr nachhaltig verändert wie Quentin Tarantino. Und ganz ehrlich, ich glaube ohne Pulp Fiction, wenn ich den nicht mit 13 Jahren da damals gesehen hätte, ich würde heute nicht hier sitzen. Und das ist ja was Positives. Kommt drauf an. Hoffe ich. Dominik. Ich habe tatsächlich Inglourious Basterds ausgewählt aus folgendem Grund. Zum Beispiel vielleicht doch einer schon doppelt belegt war. Nein, das war es nämlich nicht, weil ich eher davon ausgegangen bin, dass welche gewählt worden sind, überlegt, welcher Film aus einer anderen Objektivität der interessanteste von ihm eigentlich sein müsste. Und das ist für mich Inglourious Basterds, denn Tarantino gilt ja so als Vertreter des postmodernen Kinos, was er ja vor allen Dingen auch mit Pulp Fiction letztlich in Gang gebracht hat. Dadurch, dass er aber hier selber sogar so weit geht, dass er die Realität noch einmal umdreht, nicht also irgendwie eine komplett ferne Geschichte erzählt, sondern eben die Realität nimmt und sie nochmal komplett auf eine andere Meta-Ebene bringt, ist es das, was das Größte ist, was postmodernes Kino machen kann. Es ist also quasi, mehr geht da nicht. Und das ist dann für mich, in welche Richtung er gegangen ist und auch was er danach in seinen Filmen gemacht hat, nämlich dass er dieses Thema Realität umdrehen immer wieder genutzt hat. Und was eigentlich sogar auch ein Tabubruch war, das ist für mich der spannendste und interessanteste Film eben auch aus der filmhistorischen Sicht. Alles klar. So, dann haben wir Reservoir Dogs von Florentin, Pulp Fiction von Marco und Inglourious Bastards von Dominik. Dann dürft ihr euch gerne miteinander besprechen. Also erstmal sind auf IMDb all eure Filme schlechter bewertet als Pulp Fiction. Gut, aber dann können wir die Sendung an der Stelle brechen und einfach aufstellen. Nee, darum geht's nicht. Und natürlich ist Pulp Fiction wahnsinnig bekannt und toll, aber ich möchte mal ganz kurz auf... Wie gesagt, ich finde, ähm, Quentin Tarantino macht bei Reservoir Dogs noch den reinsten und pursten Film, auch was seinen Stil angeht. Nach dem Film, er wurde ja wahnsinnig erfolgreich danach, er wurde dann sozusagen angenommen als Regisseur, er war dann kein Independent-Filmmacher mehr, sondern war irgendwie auf der großen Bühne. Und ich finde, danach wurden seine Mittel eher so zu Stilmitteln. Also zum Beispiel, wenn wir das mal anschauen, die beiden großen Dinge, für die Quentin Tarantino bekannt ist, ist Coolness und Gewalt. Und die beiden Dinge wurden in allen weiteren Filmen mehr als Stilmittel, sozusagen als, ja, das erwartet man von einem Tarantino-Film, das ist halt dabei eingesetzt. Aber wenn wir uns mal anschauen, ähm, Reservoir Dogs, die Coolness ist keine echte Coolness, sozusagen. Wir sehen hier diese Gangster in einer Doppelrolle. Wir sehen hier, dadurch, dass jeder Gangster zwei Namen hat, ja, der echte Name einmal der Mr. Orange, Mr. Black, sowas. Wir sehen diese Coolness direkt gebrochen. Wir haben hier eine sehr tiefe Charakterisierung der einzelnen Figuren, weil wir sehen nicht nur Gangster, wir sehen Menschen, die Gangster spielen, haben dadurch immer so eine zweischneidige Sicht auf diese Coolness. Aber würdest du nicht, dass jede Coolness in jedem Tarantino-Film auch gebrochen wird? Nie ist etwas nur cool um der Coolness wegen. Nee, nicht wirklich. Ja. Gerade in Pulp Fiction haben wir diese Coolness in gewisser Weise in Reinform, wo sie eben nicht wirklich gebrochen ist. Klar, die haben, die sind das denn echte Menschen, die haben, sag ich mal, belanglose Dialoge natürlich, wie in Reservoir Dogs auch. Aber es ist schon so ein bisschen, ähm, drüber eigentlich. Und mein zweiter Punkt ist Gewalt. Natürlich Tarantino bekannt für seine Gewalt, Kill Bill, Massen, Blutorgien allerdings. Aber ich finde, da bei Reservoir Dogs war Gewalt noch in seiner pursten, reinsten Form vorhanden. Weil dieser eine Schuss bei Mr. Orange, das ist wirklich einfach, da ist Gewalt eben kein Spiel und da ist Gewalt nicht irgendwie ein Gag oder irgendwie ein visuelles Ding, sondern da ist Gewalt fucking Gewalt. Und dieser Schuss tut weh von der ersten Minute bis zur letzten Minute. Und dafür, dass Tarantino danach jemand ist, der für Gewalt bekannt geworden ist und Blut spritzt den ganzen Tag, muss ich sagen, ist Reservoir Dogs der Film, wo die Gewalt am meisten wehtut. Da würde ich jetzt gerne mal einsteigen, was das Thema Gewalt betrifft. Weil für mich, wenn man jetzt sagt, man würde ihn auf Coolness und Gewalt irgendwie reduzieren, ist das Faszinierende für mich bei Inglourious Basterds wiederum, dass er da Gewalt in ganz vielen verschiedenen Facetten zeigt und eigentlich sogar beweist mit Inglourious Basterds, dass die krasseste Waffe eigentlich immer noch die menschliche Zunge ist, speziell wenn man sich die Rolle von Christoph Waltz oder auch in anderen Momenten sich den Film anschaut, ist eigentlich die krasseste Gewalt, die in Inglourious Basterds ausgeht, immer die des gesprochenen Wortes und nicht die einer eingesetzten Waffe. Und das macht für mich Inglourious Basterds eben genau deswegen viel viel spannender als die anderen Filme, weil die physische Gewalt vorgesetzt wird und selbst sogar die Bastards, die ja hier dieses coole Element sind, eigentlich in dem Film sogar eher zweitrangig sind. Und das macht für mich diesen Film einfach auf vielen verschiedenen Ebenen weitaus interessanter. Also ich habe das Gefühl, wir reden hier gerade über alle Tarantino-Filme, weil alles, was ich ja gesagt habe, trifft auf alle Tarantino-Filme zu. Das sind jetzt für mich noch nicht die Unterschiede. Also, Coolness gebrochen und Pulp Fiction natürlich, du hast die Leute in dem Anzug, genau wie, eigentlich ist es ja schon Reminiscence an Reservoir Dogs, dass seine Figuren in einem schwarzen Anzug anfangen, aber in der letzten Episode sind sie nun mal in viel zu kurzen Shorts und T-Shirt unterwegs und nicht umsonst ist es Quentin Tarantino, der selber sie darauf aufmerksam macht, dass sie aussehen wie Ex-Knackis. Also, Coolness wird andauernd gebrochen. Ja, aber diese Anzüge sind ihre Natur. Die Anzüge, das sind diese Figuren. Diese Figuren sind privat miteinander befreundet. Das ist keine Schauspieler-Kunst, die sie an den Tag legen wie bei Reservoir Dogs, wo sich diese Menschen aus ihrem Leben begegnen und sich wie Gangster verkleiden. Das hast du bei Pulp Fiction eben gerade nicht. Da werden sie angesprochen auf den Anzug, aber sie schauen sich an und sagen, nee, der Anzug bin doch eigentlich ich. Also, diese Doppeldeutigkeit hast du bei Pulp Fiction. Ja, aber das ist ja schon zu einem Zeitpunkt, wo Samuel L. Jackson sich ja davon abwendet. Also, eigentlich symbolisiert die Kleidung in dem Moment genau das, was du gerade gesagt hast. Aber er muss die erste Person abwenden von seiner Natur als Gangster. Es ist nichts, was er spielt. Das, was ich aber da trotzdem sagen würde, ist, dass bei Pulp Fiction selbst da gegen Ende, auch wenn du sagst, die Coolness wird gebrochen, aber eigentlich um für mich wieder nur eine andere Lässigkeit, eine andere Coolness dagegen zu halten. Also, ist für mich jetzt nicht, dass ich sage, oh, das wird total gebrochen. Das wiederum finde ich tatsächlich in ... Also, selbst da bin ich dann sogar eher bei dir, dass ich mich kurz sogar hier so rüber setzen müsste, dass ich das da auch eher reiner und purer tatsächlich empfinde. Also, ich finde fast nichts in Pulp Fiction ist wirklich selbstzweckhaft. Also, alles hat eine Bedeutung. Das ist das Besondere an Pulp Fiction. Da könnte man jetzt stundenlang drüber referieren, was das alles zu bedeuten hat. Bei Reservoir Dogs sehe ich eher was anderes, was Handwerkliches. Und zwar, es ist sein erster Film. Und er wollte ihn ursprünglich auch als Low-Budget-Film drehen, weil er von niemandem die Finanzierung bekommen hat. Er war wirklich bereit, mit seinen besten Freunden für 30.000 Dollar im Robert Rodriguez-Style diesen Film jetzt zu drehen. Irgendwie. Bis aus dem Nichts Harvey Keitel angerufen hat, uns angeboten hat, den Film mitzufinanzieren. Und dann konnten sie doch noch mit einem Budget von, ich glaub, 1,5 Millionen, zumindest am Anfang, konnten sie ihn tatsächlich realisieren. Und es wurde ein richtiger Film. Aber er war immer noch ... Er leidete unter einem sehr kleinen Budget. Es ist auch Handwerklich ein Film, mit dem Tarantino noch nicht machen konnte, was er wirklich wollte. Wir haben auch im Vorgespräch so ein bisschen über Musikauswahl geredet bei Reservoir Dogs. Er hätte beinahe den Film mit Stuck in the Middle, mit diesem einen Song in der Folter-Szene, nur mit dem, mit diesem einen Song, den ganzen Film gedreht, weil er für nichts anderes Geld hatte. Zum Glück ist es anders ausgegangen. Aber da musste viel im Hintergrund Hände geschüttelt werden, damit man die Musikrechte für die anderen Songs kriegt. Der Film ist ganz eine Rohform von dem, was Tarantino eigentlich kann. Und das sieht man auch daran, weil er so klaustrophobisch ist. Es ist eigentlich ein Theaterstück. Ja. Tarantino sieht sich auch selber. Er macht ja mit dem zehnten Film, nach eigener Aussage, hat er es grad noch mal bei Kimmel gesagt, seinen letzten Film. Aber er sieht ja trotzdem seine Zukunft. Er sieht seine Zukunft im Fernsehen eventuell, bei Serien. Und er sieht seine Zukunft als Theaterregisseur. Tarantino ist ein Regisseur, der an einer Sache komplett anders arbeitet als alle anderen modernen Regisseure. Er steht, wenn er Regie führt, neben der Kamera. Er steht einfach neben der Kamera. Er guckt nicht in die Kamera. Er guckt nicht auf den kleinen Bildschirm, auf dem man das Kontrollbild sieht. Er steht neben der Kamera und schaut nur auf die Schauspieler. Das ist ja kein Argument für Pulp Fiction. Reservoir Dogs haben jetzt noch ein Theaterfilm. Richtig. Und ich finde, es ist eher ein Argument für Reservoir Dogs. Weil ich finde, gerade diese Limitationen machen den Film durchweg besser. Zum Beispiel die Tatsache, Reservoir Dogs wird generell unter den Top-10-Heist-Movies gehandelt. Man sieht den Heist nicht. Was haben sie ausgeholt? Man sieht den Heist nie. Genau, das ist ja der Punkt. Was haben sie ausgeholt? Und wenn du ihm sagst, fuck, ich habe nur Geld, um irgendwie fünf Leute mit einem billigen Anzug in der Garage zu zeigen, dann machst du den fucking besten Film und der wird gerade dadurch gut, dass du dieses Klaus-Tisch bezeichnest. Und er wird stringent. Ich möchte noch ganz einen Punkt gegen Glorious Bastards sagen. Reservoir Dogs ist unglaublich stringent. Du hast von Anfang diese perfekte Story, die dich durch den kompletten Film trägt. Du hast diesen Plan, du weißt nicht, wer war es, die Figuren versuchen rauszufinden und am Ende hast du die Lösung, Flashbacks unterstützen das. In Glorious Bastards, geile Szene. Wirklich, die erste Szene, Hans Lander im Landhaus. Brillante Szene. Aber als Ganzes, wir haben diesen Film, wir haben diesen ganzen Plot mit Diane Krüger, die komplett hinten rausfällt, wo du weirden Dialog hast, wo dann überhaupt nicht mehr Sinn macht. Und es driftet alles so ein bisschen ab. Wie gesagt, auch in Pulp Fiction, sehr, sehr coole Szenen einzeln, aber als kompletter Film überzeugt sie mich nicht. Überzeugt dich nicht? Als Selbstzweck, du hast gefragt, bei Pulp Fiction ist nichts Selbstzweck. Und jetzt stelle ich mal die große Frage in den Raum. Dieses große, asynchrone Erzählen, dieses achronologische Erzählen bei Pulp Fiction, wo alle sagen, wow, wir nehmen das in der Filmschule auseinander, super toll, wir sind alle wahnsinnig klug. Was bringt es dem Film? Letztlich, am Ende, wenn man ihn ... Es ist deswegen interessant ... Lass kurz Marco auf die Frage eingehen, dann darfst du ... Es ist deswegen interessant, weil er die ganze Struktur des Films durch die Kapitel ja auch selber auflöst. Also du hast eigentlich, kriegst du permanent vor die Nase gesetzt, an welcher Stelle im Film ich mich eigentlich befinde. Im Groben kannst du das zur Dreierstruktur zusammensetzen, ganz klassische Heldenreise. Er schafft es, obwohl der Film achronologisch ist, eine Heldenreise ganz klassisch zu erzählen. Mit den Plotpoints da, wo sie hingehören. Und am Ende macht alles Sinn. Travolta stirbt inmitten des Films. Und trotzdem macht es Sinn, dass er am Ende aus diesem Film geht ... Spoiler. Und du gehst trotzdem versöhnlich raus. Dieser Tod, den er hat im Film, ist auch noch ein plötzlicher Tod, der an der Stelle auch so plötzlich sein muss. Das ist ja dieser Western-Moment. Zwei Leute stehen da, und wer zuerst zieht, gewinnt. Und das ist wichtig, dass dieser Tod so funktioniert. Aber macht es den Tod nicht völlig unbedeutsam, wenn er danach einfach wieder lebt? Eben nicht. Eben nicht. Ich finde, es gibt ihm im Nachhinein sogar eine Bedeutung. Weil ich ganz am Ende des Films, mit der kompletten Geschichte von ihm ... Am Ende ist er nur noch eine Nebenfigur, ja. Aber du hattest vorher den Huma Thurman-Part, auch bevor er stirbt. Und wenn du das dann alles zusammensetzt, hat sein Tod tatsächlich eine Bedeutung. Wenn ich nur die ersten zehn Minuten Part-Fiction nehme, dann ist diese Figur, dass die mitten im Film stirbt, ist mir völlig wurscht. Ja, gut, er war in Holland und hat McDonalds gegessen, aber nicht im Burger King. Who cares, wenn er stirbt? Aber dieser Film schafft es ja in seiner Episodenstruktur. Und auch am Ende, wenn er zusammen mit Jules Winfield rausgeht, dass ich einen ganz anderen Bezug zu dieser Figur habe. Und die auch hinterher trauere mit dem, was hier passiert ist. Außerdem ist es ja auch wichtig für Reservoir Dogs, weil immerhin stirbt sein Bruder in dem Film. Dominik ... Bei mir geht es tatsächlich auch in dem Fall gar nicht darum, immer irgendwelche großen, nebulösen Sachen aufzubauen, sondern ich will einfach nur ein paar schnelle Fakten noch bringen, warum ich den Glorious Bastards wirklich gut finde. Er hat was gemacht, was man im Mainstream-Kino, insbesondere im amerikanischen Hollywood-Kino, auch ziemlich selten macht, in verschiedenen Sprachen zu drehen, sie auch dabei so zu belassen. Und was ich für einen Regisseur ziemlich mutig finde, sich auch auf ein Gebiet und in Sprachen reinzubringen, die dann aber tatsächlich trotzdem extrem authentisch rüberkommen, mag man jetzt sein, so Hut ab für einen Regieassistent. Aber ich finde es spannend, dass er da nochmal was ganz anderes riskiert. Nämlich, es hätte total in die Hose gehen können. Wie funktionieren die deutschen Szenen? Wie funktionieren die französischen Szenen? Da bleibt er total auf dem Punkt. Gleichzeitig merkt man aber auch, dass er sich eben nicht nur in der Filmgeschichte reinbeißen kann, um die nochmal auf links zu drehen und nochmal das ein oder andere als Hommage zu setzen oder vielleicht sogar eine Szene zu kopieren oder zwei Szenen sogar ineinander irgendwie zu bringen. Es ist auch historisch ziemlich viel recherchiert und ziemlich gut recherchiert, sonst könntest du ja an bestimmten Schrauben gar nicht so drehen, dass es möglich gewesen wäre. Und natürlich hat er es im Vergleich zu Pulp Fiction geschafft, jemanden, der eigentlich schon mal eine Karriere hatte, eine Karriere wiederzugeben. Was bei Gloria Spassett auch da filmhistorisch noch total spannend für mich ist, zu sehen, wie viele völlig unbekannte Menschen dadurch durch diesen einen Film, durch ihre Präsenz in diesem Film durch die Decke gegangen sind. Christoph Weiz war durch, der war nicht mal in Deutschland ein Star. Der hat es geschafft, den so weit nach vorne zu bringen, dass mittlerweile Christoph Weiz ein fucking Hollywoodstar ist. Michael Fassbender schafft, dass er tatsächlich mit seiner Performance, und die haben ja alle ja dadurch diese Erzählstruktur gar nicht so irre krass viel Screentime ist dabei. Diane Krüger hat da tatsächlich auch noch einfach mal gezeigt, okay, sie ist mehr Sprache als sie kann. Sie hat trotzdem eine Karriere gemacht. Ja, aber das ist ja trotzdem auch etwas, was ein Film überhaupt erst mal möglich machen kann. Und das ist jemand schlecht für mich. Das ist echt eine Leistung, weil du tust so, als hätte die alle vorher keiner gekannt. Also die waren ja alle, zumindest Christoph Weiz war im deutschen und österreichischen Form, war ein sehr bekannter Schauspieler. Aber du tust so, als hätte es niemand gewesen. Aber Leute, es ist ein Tarantino-Film, wer da mitspielt, wird ein Star. Aber es ist wirklich kein großes Ding. Und Steve Buscemi wurde nach Reservoir Dogs auch bekannt. Also, ich meine, wer in dem Tarantino-Film mitspielt, den kannte davor noch niemand. Steve Buscemi hat danach klar Indie-Kino gemacht und Adam Sandler-Filme, aber die riesengroße Karriere hat er eben nicht gemacht. Der war der Hauptdarsteller an Boardwalk Empire, was halt eine der größten Serien bei HBO zu ihrer Zeit war. Ja, aber jetzt, geh auf die Straße. Also, für mich ist ein Star ... Steve Buscemi wird auf die Straße erkannt. Moment, Moment, Moment. Ich sage ja nicht, dass er nicht erkannt wird, aber geh auf die Straße, wenn du jetzt eben schon mit IMDb und mit was irgendwelche Studenten irgendwie sagen, geh auf die Straße und zeig oder frag, wer ist Steve Buscemi. Da wird was anderes. Da werden weitaus ... Ja, oder weltweit. Leute, lasst uns nicht in Kleinigkeiten ... Ich glaube, generell hat den wenigsten Leuten ein Tarantino-Film geschadet. So, darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Ganz kurz, Marco, eine Minute, weil du bist sehr viel auf die Argumente der anderen eingegangen. Ich hab aber noch relativ wenig geschrieben, außer deinem Plädoyer zu Pulp Fiction. Gib mir noch mal was ... Du hast gesagt, der Film hat dein Leben verändert, aber was macht ihn besser als Glorious Bastards für dich und was macht ihn besser als Reservoir Dogs? Und was macht ihn zum besten Film von Tarantino? Ähm, das Ding ist, es ist für mich ein mehr oder weniger ... Nee, eigentlich total ein perfekter Film. Es gehört dazu zu den ganz wenigen Filmen, bei denen ich nicht einen einzigen Frame anders schneiden würde. Ich möchte da keinen Frame austauschen. Es ist so, wie er ist, perfekt. Das Timing, die Dialoge, die Schauspieler, wie sie besetzt sind, diese Struktur, die Coolness, die er überträgt, ist tatsächlich unfassbar zeitlos. Während bei den anderen Filmen ist es so, die sind noch nicht ganz perfekt. Es sind super Tarantino-Filme, ich liebe diese Filme. Aber jetzt gerade im Vergleich zu Pulp Fiction, der ja noch mal eine Steigerung zu Reservoir Dogs ist. Also vor allem handwerklich. Reservoir Dogs, wie gesagt, hauptsächlich ein Theaterfilm mit sehr geringen Mitteln. Das merkt man dem Film an. Er ist trotzdem grandios, trotzdem grandios, wie du sagst. Und es ist von mir aus auch sein USP. Und es ist auch der einzige Film von Tarantino, der keine männliche Sprechrolle hat. Äh, keine weibliche Sprechrolle. Keine einzige weibliche. Aber auch da hat er sich weiterentwickelt. Er hat dann Rollen für Frauen geschrieben. Er hat sogar sehr starke Frauenrollen geschrieben. Und es fing eben mit Pulp Fiction an. Zum Beispiel die Uma Thurmans Rolle, die so ikonisch war, dass sie es ist, die man auf dem Kinoplakat sieht. Das Kinoplakat von Pulp Fiction ist so Kult, dass es eine Zeit lang, lange Zeit lang, nach Che Guevara das berühmteste Postermotiv auf der Welt war. Und da kommen diese anderen Filme leider nicht ran. Dieser Perfektionismus von Pulp Fiction ... Das Poster ist doch jetzt nicht der Grund dafür, dass der Film ... Das war nur ein Beispiel dafür, wie kürzlich das ist. Ja, aber das sind sehr, sehr ... Ja, ja, ich schweiß schon wieder auf die anderen Filme ab. Aber in Glorious Bastards zum Beispiel ist eben, noch mal ganz kurz, lass das Ende bringen, kein perfekter Film. Von diesem Film gibt's verschiedene Schnittfassungen. Er doktiert selber die ganze Zeit dran rum, weil er nicht ganz zufrieden ist. Der Arbeitstitel war Once Upon a Time Nazi Occupied France. Der sollte gar nicht in Glorious Bastards heißen. Jetzt hat er ihn so genannt, obwohl die Bastards mir die wenigste Screentime in diesem Film haben. Pulp Fiction dagegen ist von Anfang bis Ende, so wie er da ist, für mich perfekt. Diese Dialoge, diese Trivial-Dialoge, die hat in Reservoir Dogs schon angefangen. Aber du hast gesagt, das sind banale Dialoge. Und ich würde sagen, genau das Gegenteil ist der Fall. Das ist das Geile an seinen Dialogen, und das sieht man ganz besonders stark in Pulp Fiction. Es geht um Nichtigkeiten, aber sie charakterisieren die Figuren. Sie zeigen ihren Bildungsgrad, gerade wenn's um das Essen geht in Europa. Oder ihr Problem mit dem metrischen System. Das zeigt einerseits ihren Bildungsgrad. Wenn sie dann konfrontiert werden mit jemandem wie Wolf, also H.W. Keitels Charakter, dann werden sie auch durch die Sprache und die Art, wie man redet, gesellschaftlich eingeordnet. Er ist ihnen übergestellt, aber sie arbeiten zusammen. Es sind so viele Zwischentöne zwischen den Dialogen. Da könnte ich noch lange drüber reden. Aber genau das macht Reservoir Dogs besser. Das macht Reservoir Dogs besser. Reservoir Dogs fängt direkt an mit diesem Dialog über Madonna, Is It Like A Virgin. Und du hast zwei Momente, wo ganz klar wird, dass das hier wirklich eine neue Art zu reden ist. Und nicht nur in einer anderen Sprache, was jeder Regisseur hinkriegen würde, sondern Tarantino endet hier die Art, wie Figuren in Filmen reden. Du hast hier zwei Momente, die für mich rausstechen. Einmal, wo jemand sagt, sie sind mitten im Gespräch, und plötzlich sagt jemand, Moment mal, was hab ich grad noch mal gesprochen? Was war grad noch mal ein Thema? Und jemand sagt, du hast grad über Is It Like A Virgin gesprochen. Das ist einfach komplett unkonventionell, dass Figuren in einem Film plötzlich vergessen, worüber sie reden. Den Faden verlieren. Und den Faden verlieren. Und an dem anderen Punkt bei dem Tipping, wo er sagt, ja, nee, doch, du hast mich überzeugt. Und nimmst dem Geld auch raus. Da hast du einfach Momente, wo sie sprechen, du lernst diese Figuren kennen auf eine komplett unkonventionelle Art. Und dieser Stil wurde tausendfach kopiert, auch von Pulp Fiction in der Art. Aber er ist nie wieder so rein und so pur und so naiv wie in Reservoir Dogs, weil es eben kein Stilmittel war, sondern einfach so, wie er denkt, dass diese Charaktere perfekt charakterisiert werden müssen. Sorry, tut mir leid. Okay. Wir müssen zum Ende kommen. Wir haben schon weit überzogen in der ersten Runde. Aber es ist ne harte Frage. Aber es ist ne harte Frage. Und ich seh hier viel Leidenschaft. Und als großer Tarantino-Fan, äh, es ist unfassbar schwer, auch für mich, ähm, hier das zu bewerten. Ähm, Schröckert, was? Die Regie sagt mir aufs Ohr, Schröckert. Soll ich Schröckert fragen? Fact-Check, ach so. Fact-Check, Schröckert. Bin ich jetzt zu sehen? Ich weiß es leider nicht. Ja, du bist zu sehen. Ich hab hier leider keinen Vorschau-Monitor, deswegen. Ähm, ey, ihr Jungs, ihr habt ne Menge Zeug abgefeuert. Und das ist echt schwer, hinterherzukommen. Aber da waren halt auch schon ein paar Sachen dabei, die nicht so ganz zutreffen. Zum Beispiel ist halt Reservoir Dogs nicht der erste Film von ihm. Sondern, ähm, das war der zweite Film. Der erste Film hat's leider nie ganz geschafft. Der ist das Großteil vom Material verbrannt. My Best Friend's Birthday oder so heißt der. Ja, aber das zählt doch nicht. Das ist doch kein Bestand. Er wurde aber gezeigt, es ist aber sein erster Film. Ich sag's nur. Und auch Contra Volta hat keinen Mexican-Stand-off gehabt. Der wurde auf dem Klo mit seiner eigenen Knarre erschossen, die er in der Küche liegen gelassen hat. Ja? Wer wurde erschossen? Ich hab nicht gesagt Mexican-Stand-off. Ja, oder halt. Mexican-Stand-off bedeutet ja, dass er sich gegenseitig bedroht. Es war aber auch keine wirkliche Duell-Situation. Ja, ich mein's geht darum, wer reagiert schneller. Und wurde mit der eigenen Waffe, die er in der Küche liegen gelassen hat, erschossen. Das stimmt. Ja? So. Soviel dazu. Er hat ein Buch in der Hand. Genau. Weil er beim Kacken gelesen hat. Ja, und auch, ich weiß nicht, Steve Bushimi, ähm, ich weiß nicht, ähm, Boardwalk Empire war halt echt deutlich später als, äh, Reservoir Dogs. Und was war noch? Ich hab noch eine Sache irgendwie gehabt eben gerade. Ja, ist egal. Also, ja, das waren so paar Kleinigkeiten, die da drin waren. Okay, also, ähm ... Klar war's, Peter, aber es ging ja darum, ob er ein Star ist. Vielen Dank, ja, es ging aber auch darum, ob, äh, äh, ob Reservoir Dogs seine Karriere unmittelbar beeinflusst hat. Und wenn 20 Jahre später eine Serie dabei rausspringt, weiß ich nicht, ob das mal noch auf Reservoir Dogs zurückzuführen ist. Natürlich kausal irgendwo schon, weil wenn er, äh, ein Flop gelandet hätte, wär er nicht da hingekommen. Aber, äh, das Argument vom Fuckchecker, äh, lass ich in dem Fall gelten. Ähm ... War das von Fargo? War das nicht nach Reservoir Dogs? Doch. Du spielst grad mir in die Hände, ne? Ist dir schon klar. Ich weiß. Ähm, Florentin, ähm, äh, feiert Reservoir Dogs, unter anderem auch, weil es eben sozusagen Vintage-Tarantino ist, noch bevor er sich sozusagen selbst, ähm, vielleicht auch zitiert oder so. Ähm, Marco sagt eigentlich im Prinzip, genau das macht aber Pulp Fiction aus, weil er sich verbessert hat, also weil er alles das, was er in Reservoir Dogs schon angewandt hat, sozusagen in Pulp Fiction zur Perfektion treibt. Und, äh, Dominic, ähm, findet aber, dass von all den Werken in Glorious Brassets eigentlich auch das Mutigste, äh, von Quentin Tarantino ist, wo er sich am meisten vielleicht auch aus der eigenen Komfortzone rausgewagt hat und, ähm, auch nochmal ein paar Tabubrüche, äh, gemacht hat, auch seine Film, ähm, sein geschichtliches, filmgeschichtliches Wissen auch nochmal dargestellt hat in einer anderen Form. Ähm, das sind alles sehr gute Argumente, was es unheimlich schwer, ähm, macht, wo gewichtet, was gewichtet man mehr jetzt? Den, den ersten Erfolg, wo er sozusagen gezeigt hat, was er kann? Oder den, äh, polierteren, besseren, äh, Film vielleicht? Ähm, ich finde es unheimlich schwer und deshalb nehme ich in Glorious Brassets. Ähm, weil ich tatsächlich finde, was mir sehr schön gefallen hat, ist, dass du gesagt hast, ähm, dass das gesprochene Wort eine Waffe ist. Und ich finde, das ist etwas, ähm, was fast zu kurz gekommen ist bei euch beiden. Ihr habt euch sehr viel über Gewalt und Ästhetik und Inszenierung und Timelines und so weiter geredet. Aber eigentlich ist doch, wofür wir Tarantino eigentlich lieben, sind seine Dialoge. Das ist der Grund, warum er auch Theater schreiben kann, weil er braucht eigentlich nicht viel außer zwei Schauspielern, die miteinander sprechen. Und ich finde, ähm, das gesprochene Wort als Waffe, gerade auch in Form von Christoph Waltz, ist ihm fast nie besser gelungen als in Glorious Bastards. Das hast du sehr schön herausgearbeitet. Auch, und das finde ich, ist nicht selbstverständlich, Florentin, dass, ähm, Tarantino auch in deutscher Sprache und in französischer Sprache nichts von seiner Wirkung, ähm, verliert. Man hat's oft genug in anderen Filmen gesehen, wo Leute Deutsch sprechen, ähm, und man sich einfach nur cringy im Kino fühlt und sagt, oh Gott, ist das schlimm. Und das hatte man bei Glorious Bastards nicht. Das fand ich alles, das waren schöne Argumente, die ich so noch nicht gehört hab, und deshalb geht der Punkt an Dominik. 0,0 mit gerechnet. Aber schön. Mhm, mhm, mhm. Wir schauen uns die Umfrage an. Okay, und da... Natürlich wie immer lieg ich in der Gunst unserer Zuschauer. Ähm, Reservoir Dogs 43%, Pulp Fiction 41%, und in Glorious Bastards 15,8%. Oder ist das einfach nur, wie viel Redezeit jeder hatte? Oh, nice. Äh, da ist auf jeden Fall auch was dran. Ähm, ja, also, das ist, wie gesagt, äh, auch vollkommen legitim. Es ist unheimlich schwer. Mega schwer. Ich, ich finde, ähm, ja. Das war auch klar, dass diese Frage, äh, so, äh, heiß diskutiert wird, und ich musste jetzt aber irgendwie halt einen Punkt vergeben sein. Und machen wir Werbung oder machen wir direkt weiter, liebe Regie? Aha. Kommt jetzt so, wer hat die schönsten Füße runter? Haha. Du bist wirklich heiß drauf. Ich bin vorbereitet. Ich hab den ganzen Tag meine Füße massiert. Na, dann zeig. Ja, komm. Dann müssen wir schon mal dem Brauch. Put your money where your mouth is. Hast du die extra Zeit in der Hoffnung, dass ich noch... Ich dachte, du hast gerade gesagt, Florian, dass du vorbereitet bist. Vorbereitet, du hast einen Doppelknot. Und jetzt dauert's. Wer macht denn Doppelknot in seine Schnürsengel? Wie alt bist du sieben? Das ist Spannung, Etienne. Hast du nichts von Tarantino gedacht? Nein. Das ist das Fans. Der steigt die Füße. Genau, und er würde nicht lügen, dass er vorbereitet ist, wenn er's nicht ist. Ich hab extra mit Birkenstock Streifen drauf. Achtung. Ist das ein Traum? Es ist wirklich... Wenn ich dafür nicht ein extra... Ich glaube, ich hab noch nie so krumme Fußnägel gesehen wie bei dir. Haha. Haha. Es ist wirklich ein sehr schöner Fuß. Ich will einen extra Punkt. Ich will mir schon Tarantinos beten. Ich trag mir das hier mal ein, dass du sehr schöne Füße hast. Hätte ich auch so ehrlich gesagt nicht gedacht. Also, du bist natürlich ein wunderschöner Mensch, aber dass du die Füße auch noch hast. Ja, dankeschön. Das ist auch ein bisschen unfair. Wir kommen zurück. Ich bin etwas irritiert. Und zwar zu Runde 2. Runde 2. Runde 2, Runde 2, Runde 2. Welcher Film? Das ist jetzt keine Tarantino-Frage. Obwohl es vielleicht auch ein bisschen dazu passen könnte. Bin sehr gespannt auf eure Antworten. Welcher Film würde durch ein FSK 18 Rating besser werden? Soll ich anfangen? Ähm, warte. Du hast angefangen, Florentin. Dann ist jetzt Marco. Okay. Für mich bedeutet vor allem die Frage, was soll dieses FSK 18 Rating eigentlich aussagen? Und das heißt ja im Zweifelsfall, dass der Film R-Rated in den USA ist. Und was bringt mir ein R-Rating, wenn nicht mehr künstlerische Freiheit und das zu tun, was man eigentlich hätte tun sollen von Anfang an mit diesem Film? Und deswegen ist für mich das perfekte Beispiel dafür ein Film, den ich in einer Videoreview mal brillante Katastrophe genannt habe, Batman v Superman. Ähm, ich finde, bei diesem Film merkt man, wie bei kaum einem anderen Film von Zack Snyder, wie sehr ihm künstlerisch da einfach die Hände gebunden waren. Und was er hätte vielleicht tun können. Wir sehen hier auch gerade ein paar Ausschritte aus dem Trailer, was für geile Money-Shots dieser Film hat. Und wie sehr ich ... Wie ich dann bei diesem Film aus diesem Kino gerannt bin und wirklich schockiert war. Ähm, umso länger Zeit vergeht, umso besser finde ich diesen Film, weil ich gewissen Szenen und gewissen Momenten etwas abgewinnen kann. Weil ich das Potenzial sehe, das dieser Film hatte. Und ich glaube, ein Zack Snyder, der hätte tun können, was er will, und das Produktionsstudio hätte ihm nicht reingeredet, der gezeigt hat mit Filmen wie 300 und vor allem Watchmen, was er kann bei einem R-Rated-Film. Ähm, ich hätte so gern gesehen, wenn er diesen Batman wie Superman abgeliefert hätte, den er abliefern wollte und abliefern hätte können. Alles klar. Dominik. War für mich auf jeden Fall die Frage, die ich am spaßigsten beantworten möchte. Und für mich ist es jetzt der aktuelle König der Löwen, 2019-Film. Ähm, 18. Du willst die Sex-Szenen haben? Nicht nur. Ich möchte einiges in diesem Film haben. Vor allen Dingen einfach aber tatsächlich als Basis, dass er ja selber auf absoluten Realismus pocht, aber er natürlich trotzdem diesen absolut nicht bietet. Ähm, er verzichtet auf Blut, er verzichtet auf Genitalien, äh, logisch. Äh, und gleichzeitig ist es aber für mich tatsächlich auch ein Film, der einfach, äh, weit weg von einem, von einem, von einem Trickfilm hätte sein können. Da hab ich nachher noch ein paar Argumente natürlich dabei. Ähm, aber was für mich tatsächlich überhaupt erst eine, eine Argumentation für eine neue Verfilmung gewesen wäre, ist eigentlich ein ziemlich düsterer Stoff, der, äh, natürlich auch dann immer wegsieht, wenn man eigentlich nicht wegsehen sollte. Und um, äh, die komplette Wucht zu entfalten, wäre König der Löwen tatsächlich, äh, ein künstlerisch und ein anderer Film und kein faules Filmemachen von Disney gewesen. Wir kopieren's eins zu eins, was keine Seele hat. Und ich glaube, mit FSK 18 hätte er nicht nur Blut und Löwenpimmel gehabt, sondern gleichzeitig auch eine Seele. Nämlich eine andere, gerne eine schwarze, aber er hätte Seele gehabt. Alles klar. Vielen Dank, Dominik und Florentin. Äh, ich hab bei FSK 18 direkt an Gewalt gedacht. Und, ähm, Gewalt ist immer schwierig im Film, weil es ist oft so ein bisschen Selbstzweck. Irgendwie dann platzen ein paar Köpfe und alle sind zufrieden. Aber ich hab mir gedacht, welcher Film würde wirklich davon profitieren, wenn man bei Gewalt wirklich den letzten Schritt auch noch geht. Ein Film, bei dem Gewalt eine zentrale Rolle spielt eigentlich von der Story her, man aber Gewalt eigentlich nie sieht und man wirklich davon profitieren könnte, wenn man sie sieht. Und, ähm, da bin ich direkt einfach auf Hunger Games gekommen. Tribute von Panem, ein Film, der auf einer extrem gewalttätigen Prämisse basiert, ja. Steckt 15 Jugendliche in die Arena und einer kommt raus. Und der Film könnte einfach so wahnsinnig viel davon bekommen, wenn du diese Gewalt einfach bis ins Letzte siehst. Wenn du einfach dann irgendwie die teilweise minderjährigen Kinder, die da in ihr Todesarena geschickt werden, auch wirklich siehst, wie sie schreien, verbluten und qualvoll verenden. Und, glaub ich, dann dem Film einfach nochmal eine Note geben würde. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich sagen, ja, ist Battle Royale. Aber Battle Royale ist auch einfach ein fantastischer Film, der genau zeigt, dass gerade dieser Punkt nicht nur trivial ist und nicht einfach nur irgendwie ein Moneymaker ist oder gerade ein Publikumsmagnet für eine gewisse Gruppe A, ich geh rein, um Blut zu sehen, sondern auch wirklich den Film auf allen Ebenen bereichert. Ich will Tribute von Panem mit Blut. FSK 18. Da möchte ich direkt dagegen schießen. Das ist letztendlich das, was jeder Standard-Horrorfilm in irgendeiner Art und Weise bietet. Wer Leute in den Raum ein, da ist es ... Ehrlich, ist es natürlich schlimm, dass es Jugendliche sind, aber am Ende ist das für mich nur ein Element, sondern tatsächlich die Perversion der Idee dahinter ist für mich auch da wieder viel gewalttätiger. Also für mich ist zum Beispiel die Szene viel, viel, viel emotionaler, wenn du weißt, du kannst ausgelost werden und eigentlich der Moment, dass du ausgelost wirst, löst bei mir doch viel mehr Schmerz aus, weil eigentlich alle wissen, okay, das ist mehr oder minder dein Todesurteil, löst bei mir mehr aus als beim anderen. Aber du ... Daran würdest du ja nichts ändern. Du würdest ja daran nichts ändern, nur du würdest die Konsequenzen dieses Urteils direkt zeigen. Absolut, du würdest die zeigen, aber das wäre für mich jetzt eben nicht, dass ich sage, dadurch wird der Film jetzt so unfassbar besser, sondern da würde er für mich eher auf ein Level gehen, als andere Horrorfilme haben. Hingegen bei König der Löwen wäre ... Ja, bei König der Löwen wäre das tatsächlich ein Film, den man so noch nicht gesehen hätte. Und das wäre jetzt für mich bei der Frage ... Natürlich habe ich auch ein bisschen ans Vergnügen gedacht, aber für mich ist es ja, was für einen Film würde ich durch ein R-Rating, durch einen FSK-18-Film bekommen, wenn ich es auf 18 setze? Bei dir sehe ich plötzlich, dass es dann tatsächlich passiert. Bei dir, ja, sind die Szene ... Man sieht alles mehr. Klar könnte man jetzt bei mir auch argumentieren, aber es wäre ein Film, den man so noch nicht gesehen hätte. Und das hätte ich künstlerisch spannend gefunden, wenn man eben es nicht nur eins und eins nacherzählt, sondern man sagt, wir gehen einen komplett anderen Weg und sind so konsequent, dass wir Cartoon nicht einfach real werden lassen mit Musical-Szenen, sondern wir zeigen diese düstere Geschichte eben auf eine Weise, wie sie nur Erwachsene schauen können. Aber in König der Löwen geht es nicht um Gewalt. Es geht überhaupt nicht um Gewalt. Warum ist es dir so wichtig, diese Gewaltplastik zu zeigen, wenn es in König der Löwen nicht um Gewalt geht? Es geht ... Natürlich geht es in dem Film auch um Gewalt. Es geht mir ja ... Und das ist auch immer wieder wichtig. Gewalt ist für mich nicht immer nur zwingend ... Nein, es geht um Tod. Es geht um Tod. Es geht um Tod. Es muss eben nicht bluten. Es geht auch ohne FSK-18. Die Gewalt, die König der Löwen so hart macht, geht auch ohne FSK-18, weil es nicht darum geht, dass du jetzt irgendwie den aufgerissenen Löwen ... Hast du dir leider aber auch ein Argument für Hunger Games, denn dass es sehr, sehr gut geht ... Nein, Hunger Games ist Gewalt ein zentraler Plotpoint. Es geht gerade darum ... Und Hunger Games funktioniert nur, weil dieser Kampf so gewalttätig ist. Ich meine, König der Löwen ist im Grunde Hamlet. Und Hamlet ist ein Theaterstück, das auf dem Theater komplett ohne jede Form von Action oder tatsächlich ausgeführter Gewalt funktioniert. Es geht um die Geschichte. Es geht um Umgang mit dem Vater. Und du brauchst diese Form von Gewalt überhaupt gar nicht. Nee, nee, halt. Bei Hunger Games geht's gar nicht so sehr um Gewalt. Hunger Games ist ja sowieso schon, das hast du ja selber schon gesagt, die Prämisse ist ja eh schon geklaut von Battle Royale. Das ist ja kein Geheimnis. Battle Royale war sogar vorher ein Roman, bevor es ein Film war. Also, es ist wirklich sehr, sehr deutlich geklaut. Und wurde um diese Gewalt runter ... Diese Gewalt wurde runtergefahren, weil im Endeffekt ist Hunger Games im Young Adult Roman. Mhm. Und der Film ist entsprechend ein Young Adult Film. Aber wurde es besser dadurch, dass die Gewalt runtergefahren wurde? Ich sag nicht, dass es besser ist, aber es ist das, was sie wollten. Eben, also wird's im Umkehrschluss besser, wenn du die Gewalt hinzugest? Nee, dann wird's noch mehr eine dreiste Kopie von Battle Royale, weil dann nimmst du den einzigen USP, den Hunger Games gegenüber Battle Royale hat, den nimmst du ihnen weg. Aber die Frage lautet nicht, was ist der originellste Film mit FSK 18, sondern welcher Film wird durch FSK 18 besser? Und dass Hunger Games klar besser wäre, wenn es mehr wie Battle Royale wäre, ist völlig klar. Dann wär's auch ganz weit weg von seinem Source Material. Guck mal hier, ich möchte dir mal was vorlesen aus dem Buch, warum das Buch wirklich stupide ist und der Film sogar noch deutlich besser als das Buch. Das Buch liebe, das ist mir vorgebreitet durch das, Marco. Ich geh die Treppe runter, da steht meine Schwester. Alle mögen meine Schwester. Sie ist sehr beliebt und nett. Sie hat zwei Zöpfe. Das gesamte Buch ist im Präsens geschrieben und nur aus ihrer Sicht. Es ist gar nicht so gewalttätig. Und jetzt stell dir die Zöpfe in der Blutlache vor. Das ist ja ihre Schwester. Das Buch ist wirklich super einfach geschrieben und aus einer sehr naiven Sicht von einer Frau, die quasi perfekt ist. Deswegen kann Katniss da immer im Hero Shot stehen mit einem Bogen und den Fallen im Anschlag. Das wird durch Gewalt nicht besser. Dann sind ihre Pfeile halt töten noch stärker und dann wird sie eigentlich noch mehr heroisiert und es wird noch dümmer und platter. Eben nicht. Die Heroisierung fällt eben genau raus, weil du siehst, dass Katniss eben eine blutrünstige Mörderin ist. Diese Heroisierung funktioniert eben nur, weil du die Gewalt nicht wirklich sehen kannst. Weil die schießt einen Pfeil neben der Kamera vorbei und dann denkst du, wow, tolle Katniss. Wenn du aber siehst, dass der Pfeil jemandem, einem sechsjährigen Mädchen im Holz steckt und die leiden verblutet, dann merkst du, das ist keine Held. Das macht sie ja nicht. Dafür ist sie ja viel zu gut, dafür ist sie viel zu perfekt. Sie tötet nur, wenn's nicht anders geht. Und rein zufällig sind das immer Schauspieler, die sie tötet, die ein bisschen älter aussehen, als sie aussehen dürften. Es sterben ja schon im Originalfilm ein bisschen zu wenige Kinder, wenn das jetzt einfach nur auf 18 macht. Genau das meine ich doch, es sterben zu wenig Kinder. Wenn du jetzt zehn Filme nimmst und nur brutale machst, ist es immer noch nicht besser. Du musst einen ganz anderen Film machen, du musst ein ganz anderes Source-Material haben. Und das seh ich da einfach nicht. Während bei Batman wie Superman dagegen, also das, was Zack Snyder alles beeinflusst hat, nehmen wir zum Beispiel The Dark Knight Returns. Dieses Comicbuch hat ihn massiv beeinflusst. Und das ist ein sehr brutaler Comic. Oder Injustice, er hat die Spiele geliebt und hat auch den Comic dazu gelesen. Und diesen Einfluss sieht man in Batman wie Superman. Diese Nightmare-Sequenz, also in der Batman von Superman getötet wird, die schreit geradezu danach, 18 zu sein. Weil sie aus Injustice ist. In Injustice siehst du, wie Superman den Joker tötet. Mit der Hand durch die Brust. Und das ist ein Shot, den man so in einem Comic einfach nicht erwartet hätte, überhaupt, dass der Joker stirbt, aber überhaupt, dass Superman tötet. Das ist überraschend und durch die Gewalt noch überraschender und schockierender. Da bringt die Gewalt tatsächlich was. Und das ist etwas, was in Batman wie Superman an genau der Stelle komplett fehlt. Er kann nicht zeigen, wie die Hand durch den Brust. Nur weil ich genau das nicht sehe ... Weil das Studio ... Aber das ist ja das mit dem 18er-Ding. Naja, also ... Das ist genau das, was ich sage. Du nimmst diese Shots, änderst, bleiben die Dialoge, bleibt das träge, bleibt der Martha-Moment. Findest du Watchmen gut, den Film? Okay, tatsächlich. Okay, ich find ihn genial. Dann sind wir unterschiedlicher Meinung. Ich liebe den Comic natürlich noch mehr als den Film, aber find den Film super. Dieser Film hat leider das Problem gehabt, er war R-Rated und ist gefloppt. Das hat leider für lange Zeit, bis Deadpool kam, R-Rated-Comic-Filme komplett kaputt. Aber R-Rated ist nicht FSK 18. Nicht automatisch. In Deutschland kann es auch FSK 16 sein, aber wenn er noch ein bisschen härter ist, ist es dann doch FSK 18 bei uns. Aber du kannst davon ausgehen, wenn er bei uns 18er ist, ist er wahrscheinlich in den USA R-Rated. Okay? Also, ich würd's jetzt einfach mal gleichsetzen, einfach der Einfachheit halber. So. Und dass Watchmen gefloppt ist, hat sehr vieles, was mit R-Rated möglich ist, kaputt gemacht. Und jetzt hast du eben Zack Snyder, der mit genau diesem Watchmen so erfolgreich war. Warner verpflichtet ihn wieder. Aber Warner sagt ihm, du kannst dir machen, was du willst, aber R-Rated. Und wir hätten gern David S. Goyer als den Drehbuchautoren, weil er hat ja die Story von den Dark-Night-Filmen so toll geschrieben. Die Story wohl gemerkt. Er hat nur Batman Begins das Drehbuch geschrieben, danach Jonathan Nolan und Christopher Nolan. Und das merkt man Batman wie Superman an. Dieser Film ist, was das Drehbuch angeht, komplett kaputt. Er war so kaputt, dass Ben Affleck am Set in seinem Kostüm saß und seine eigenen Dialoge umgeschrieben hat. Deswegen sind diese Dialoge deutlich besser als die Dialoge des restlichen Films. Gut, jetzt gehst du aber ein bisschen um die Ecke. Ja, ich geh ein bisschen um die Ecke. Das ist ein Film mit Potenzial. Die werden besser, wenn's FSK 18 wäre. Es geht nicht darum, welcher Film wird durch bessere Dialoge besser. Das ist ein Film mit unfassbar viel Potenzial. Wir sehen das Potenzial auf der Leinwand. Wir können ja ahnen, was das Potenzial gewesen wäre. Ja, das könntest du aber, das gleiche Potenzial könntest du haben. Und da geh ich jetzt noch mal tatsächlich auf König der Löwen noch mal ein. Mit dem, also es wird ja die ganze Zeit darauf gepocht, jetzt seht ihr eigentlich, dass der Comic war nur bunt. Der Comic war schön, da können alle irgendwie Kinder rein. Und Pocht sitzt selber drauf in Präsentationen von Disney. Hey, wir haben die VR-Welt, wir machen alles realistisch. Wir sind da, wir setzen sogar den allerersten Shot von König der Löwen, um eigentlich uns noch mal zu zeigen, wie geil unsere Source ist, oder unser CG ist, ist die erste Szene real. Und zu sagen, wir machen einen Film, der jetzt auf ... Wir wollen einen Cartoon real haben. Und am Ende tust du genau das nicht. Du hast es selber gesagt, dem Film fehlt Seele. Richtig. Also, du glaubst, das R-Rating hätte ihm eine gewisse Seele verschafft, weil es eine gewisse Tiefe gibt, die er vorher nicht hatte, oder? Also, du könntest ... Wo kommt die Seele in deinen Augen? Die Seele kommt tatsächlich, beziehungsweise, ich würde dir fragen, ich beantworte sie, aber nicht direkt im ersten Satz. Wie ich eben gesagt habe, würde der Film eben auch etwas anders machen. Es wäre eben keine 1-zu-1-Kopie, Shot für Shot. So wie es beispielsweise derselbe Regisseur auch bei Dschungelbuch gemacht hat, auch wenn es kein R-Rated war. Aber er hat die Geschichte trotzdem genommen und hat sich aber einen anderen Fokus gesetzt. Und genau das ... Aber er wäre ja nicht R-Rated. Habe ich ja gerade selber auch bereits gesagt. Das musst du mir nicht noch erklären. Das weiß ich ja. Moment. Ohne R-Rating. Ja, weil er Dinge ändert. Weil er Dinge verändert. Da braucht er aber kein R-Rating. Wenn du mich jetzt mal ausgehen lassen würdest, dann könnte ich tatsächlich auch meine Meinung kundtun. Wenn du aber nämlich jetzt genau auf bestimmte Szenen ... Und die würdest du ... Gerade das Düstere ... Ich meine, der Zeichentrickfilm, der hat eine komplette Nazi-Aufmarsch-Szene, die fantastisch funktioniert. Du hast allgemein alles um die Hyänen herum, ist unfassbar gruselig fast schon als Zeichentrick. Wenn du da noch tiefer reingehst, noch gruseliger, noch düsterer reingehst, und da geht's tatsächlich nicht nur darum, dass du jetzt irgendwie das Blut siehst, kannst du aus dem Film das, was angeblich jetzt diesen Realismus machen, einen anderen Film überhaupt machen, was für mich ein Remake überhaupt ... Du hast gerade selber gesagt, welche Szene den Film schon besser ... Also schon im Original besser ist als in der Kopie, nämlich diese Hyänen-Szene. Das ist für mich das perfekte Beispiel für das, was Zeichentrick kann, was aber etwas, was einfach nur real verfilmt ist, eben nicht kann. Ich sage nicht, das ist nämlich der große Fehler, den der aktuelle Film macht, dass er die Szenen beibehält, was aber von Cartoon ins Übertragene nicht funktioniert. Ich sage nicht, er soll die Hyänen-Szene nachdrehen und mit FSK 18 würde es funktionieren. Ich sage nur, welche Möglichkeiten er bereits hatte, die du aber so tatsächlich hättest präsentiert. Ganz kurz, dir ist aber schon klar, dass in König der Löwen gesungen wird und es immer noch Hakuna Matata gibt. Ja, natürlich. Wie soll das zusammenpassen? Ja, aber ich sage doch, dass wir einen anderen Film machen sollten. Und für mich ist doch, wenn du sagst ... Ja, aber du kannst nicht sagen, König der Löwen, wir machen einen Horrorfilm draus, es ging nur um das R-Rating und du musst ja trotzdem Hakuna Matata singen. Warum musst du das? Während irgendwie die Löwenprängel im Hintergrund rumschwingt. Moment, Moment, Moment. Warum musst du eine Geschichte, genau, wenn du sagst, wir machen sie jetzt als Realfilm, warum musst du da auch singen? Das ist ja das, was auch an dem Film aktuell funktioniert. Ja, aber dann ist es ja ein anderer Film so. Nein, warum? Du kannst sagen, wir machen einen Horrorfilm mit Löwen, okay. Aber warum ist es ein anderer Film, wenn du die Geschichte erzählst, aber sagst, naja, wenn wir es jetzt real machen, ist es Blödsinn, dass die Leute singen. Das ist das Kernproblem. Wir haben schon recht. Das ist ein komplett anderer Film. Du redest von was anderem, weißt du? Nein, überhaupt nicht. Du erzählst, dass du das Drehbuch ändern möchtest, dass der Potenzial ist und das zu mir ist ein anderer Film, obwohl ich die gleiche Geschichte ... Du könntest sogar die Dialoge behalten. Lass den Gesang weg. Ein Film funktioniert mit den gleichen Protagonisten vor und hinter der Kamera. Wovon du redest, ist etwas, was komplett neu ist. Das ist vom Scratch neu. Das ist nicht ... Das ist, was Florentin meint. Nimm einen Film, mach ihn zu AR, mach ihn FSK 18 und ist er dann deswegen besser. So, und du nimmst aber einen Film, den so gar nicht existiert. Es gibt da keinen Jon Favreau. Aber du kannst doch die Geschichte ... Ja, du kannst die Geschichte ... Genau deswegen funktioniert das nicht. Das ist Schwachsinn, da bin ich bei dir. Aber dann bist du bei einem anderen Film. Ich liebe es, wie ihr euch schreitet. Aber ... Mein Punkt hab ich jetzt nicht, als ich ihn nach der Seele gefragt hab. Meinen Augen ist das Problem beim neuen König der Löwen, dass ihm das fehlt, was Cartoon leisten kann, dieses Abstrahieren der Realität. Die größeren Augen, das Spiel mit den Schatten, gerade in dieser Hyänen-Szene. Das sind alles Sachen, die funktionieren so, nur im Zeichentrick. In dem Moment, wo du's fotorealistisch gemacht hast, geht's leider kaputt. Da bin ich ja gar nicht dagegen. Aber dann glaub ich nicht, dass es Blut verbessert. Nein, ich versteh nur nicht, warum du sagst, du kannst das Drehbuch ändern, ich darf aber meine Songs nicht rauswerfen. Also, es ergibt für mich überhaupt ... Das ist ja nicht nur das Drehbuch. Du redest ... Du schmeißt in dem Moment auch alle Protagonisten hinter der Kamera aus. Nein. Die ganze Intention hinter dem Film. Die ganze Absicht, die ganze Prämisse. Da ist jemand, der sagt ... Ihr dreht euch ein bisschen im Kreis. Ihr sagt jetzt doch und nein und doch. Ähm, Florentin, ähm ... Willst du noch was sagen? Nee, mich nicht. Weil die haben mal ein bisschen mehr geredet. Gut, alles klar. Ich wollte aufschließen. Ja, ist ja alles gut. Dann kommen wir jetzt mal hier zum Ende. Auch das finde ich wieder sehr schwer. Ähm, eine sehr hitzige Diskussion. Auch hier ging es vorrangig natürlich bei euch allen um das Thema Gewalt im Großen und Ganzen. Zum Beispiel ist ja auch Sex. Mann, ich hätte mehr über die Pimmel von den Löwen reden sollen. Sex? Es wundert mich ein bisschen, dass keiner von euch die Chance genommen hat. Mann, can you feel love tonight? Bei welchem Film hätte denn eine ordentliche Sexszene gefehlt oder so? So hab ich ... keine Ahnung. Das hab ich nicht gebraucht. Ähm ... Ich weiß nicht, was du für ein Film gesehen hast. Es dauert auch einfach ... Bevor ich zu meiner Punktevergabe komme, will ich erst noch mal hören, ob der Factchecker überhaupt noch was zu ermängeln hat. Daniel. Wir sehen dich. Okay, cool. Ich hab zwar jetzt einen Vorschau-Monitor, aber der ist nicht an. Ja, ich hab nur eine Sache ... Ne, zwei Sachen. Also so viele Menschen tötet Katniss Everdeen gar nicht. Also zumindest auch nicht im ersten Teil. Das sind, glaub ich, so drei. Und ich glaub, da kommen auch noch höchstens drei dazu im Laufe der anderen drei Filme. Und das amerikanische ... Für mich ist das schon viel, drei Leute zu tönen. Ja, gut. Aber du sagst, die schlachtet ja alle ab. Das war irgendwie so ein Argument von dir, glaub ich, was du eben vorhin gebracht hast. Und das amerikanische ab 18 ist tatsächlich NC-17. PG, nee, R-Rating kann immer in Begleitung Erwachsener geguckt werden unter 18 Jahren. Und ja, muss nicht zwangsläufig FSK 18 sein, kann auch FSK 16 sein, kann aber auch FSK 12 sein. Das haben wir jetzt auch schon erlebt. Ich möchte an der Stelle kurz einmal betonen, dass bei beiden Runden der Faktchecker bei mir bislang nichts moniert hat. Ja, Moment. Ich hab meiner Ausführung das gleichgestellt. Ich hab gewusst, es ist nicht ... Alles gut, ich kann das einordnen, zumal ja auch die Amerikaner zum Beispiel auch was Gewalt angeht zum Beispiel eine ganz andere Sensibilität haben als wir. Also R-Rated heißt in der Regel da schon, gewalttechnisch ist alles möglich. Und das ist ja dann auch für eure Argumente genauso gemeint. Also, ich versuche mal ganz kurz zusammenzufassen. Marco, du sagst ... Im Prinzip sagt ihr das alle, dass das Potenzial nicht ganz ausgeschöpft wurde. Bei Marco vor allen Dingen, weil Superheldenfilme eben das Potenzial haben, auch durch Gewalt, wie zum Beispiel bei Watchmen, auch einen ganz anderen Eindruck zu hinterlassen. Du hast auch eine sehr schöne Szene geschildert. Superman, wie er den Joker tötet oder so. Habe ich direkt Bock gekriegt. Das hätte ich gerne wirklich auch so gesehen. Und ... Finde auch, dass der Film ... Dass man manchmal so das Gefühl hat, die Kamera schwenkt zu früh weg. Dann haben wir bei Lion King ... Du hattest ein bisschen einen anderen Ansatz, Dominik. Du sagst, eigentlich ist der komplette Film so, macht keinen Sinn. Warum überhaupt eine 1-zu-1-Realverfilm? Warum nicht die Chance nutzen? Und zwar die gleiche Story, aber auf eine sehr düstere Art, FSK 18 zu erzählen, mit Löwenpimmeln und Blut. Und, ähm, Florentin, du sagst im Prinzip, Tribute von Panem, da geht es sehr viel ums Töten. Das ist dieses Spiel, dieses Battle-Royale-Ding. Und man sieht davon aber eigentlich nichts. Und es würde dem Film eigentlich gut tun, wenn dieser Schrecken noch deutlicher und expliziter dargestellt wird. Ähm, finde ich alles drei auch wie wirklich gute Argumente. Ähm, tatsächlich muss ich sagen, ja, Tribute von Panem mit mehr Gewalt. Ähm, hätte mir auch besser gefallen. Allerdings ist dann die Diskrepanz zu Battle-Royale eigentlich fast nicht mehr... Also, dann weiß ich nicht, dass ich den... Ich finde den Film eh nicht geil, aber da würde ich noch mehr dran denken, ja, dann kann ich auch gleich Battle-Royale gucken. Also, du hast zwar recht, der Film würde vermutlich ein bisschen besser werden durch Gewalt, weil einfach Gewalt irgendwie auch, Tarantino sagt das ja auch gerne, Gewalt halt auch sehr unterhaltsam ist und man sich's in der Distanz als Zuschauer halt auch gerne anguckt. Und man kann viel mit Gewalt inszenatorisch machen. Ähm, so ist es ein bisschen weichgespült. Aber ich fand hier Gegenargumente dagegen auch ganz gut, dass Katniss eben ja gar nicht so dieser Racheengel ist, der Leute da durchkillt und so weiter, sondern eher diese cleane Figur ist, an der sich Teenager laben können. Das würde tatsächlich so ein bisschen verloren gehen. Ähm, so, jetzt Batman und Lion King sind einfach zwei komplett unterschiedliche Ansätze und, ähm, ich muss sagen, ich finde das Argument, dass du aus Lion King etwas komplett anders machen willst, das, finde ich, ist ein gutes Argument, weil letztendlich, klar kannst du aus jeder Vorlage kannst du sagen, ich mach was komplett anderes, aber die Frage war ja schon, wie können wir, sag ich mal, durch einzelne Szenen den Film besser machen. Den Film komplett neu schreiben und in eine ganz andere Ausrichtung zu geben, quasi das Musical weglassen und so weiter. Das würde dem Film wahrscheinlich wirklich gut tun, ist aber so ein bisschen an der Fragestellung für mich vorbeigeschummelt, sag ich ganz ehrlich. Weil, klar kannst du sagen, ich mach aus Lion King was ganz anderes, aber ich wollte eigentlich wissen, welche Szenen, wieso wäre es geiler, wenn es gab plötzlich, äh, wie heißt der, Mogadischu, wie heißt der kleine ... Mufasser. Mufasser. Ach, der kleine ist Mufasser. Äh, der große. Ja, was weiß ich, irgendwie den Kopf abhackt, was würde das verändern? Ähm, aber du hast eigentlich einen neuen Film gepitcht. Ähm, und bei Batman leuchtet's mir irgendwie noch am meisten ein, was du auch gesagt hast, ähm, dass Zack Snyder gehemmt war durch Watchmen. Dass er zwar noch mal ne Chance gekriegt hat, aber, ähm, vermutlich auch Warner Brothers gesagt hat, don't fuck it up again, das ist unser größtes Franchise. Und er, ähm ... What he did? Ähm, ja, was er dann trotzdem gemacht hat. Aber man schon auch das Gefühl hatte, gerade in diesem Kampf mit Batman und Superman, Alter, hätt ich da gern ... Was wär das für ein geiler Film gewesen, wenn die, keine Ahnung, wenn die Gliedmaßen sich rausgerissen hätten, oder ... Ich weiß nicht. Ich hab das Gefühl, grad auch so eine Szene, wie du beschrieben hast, ähm, wie geil das wäre, mal einen Superman-Film zu sehen, wo wirklich irgendwie ... wirklich Blut will. Das hat mich schon bei ... Bei der Darkman-Trilogie war's mir schon fast zu soft. Und ich feier Logan, und ich hätt gern ... Ich finde, die Ansätze in Batman und Superman sind gut, und ich hätte gerne einen richtig brutalen, dreckigen, schmutzigen, verwichsten Film davon gesehen. Das ist vielleicht ein bisschen persönlich, aber anders kann ich mich sonst nicht entscheiden. Deshalb geb ich den Punkt dem Marco. Schön. Danke. Ach Gott, jetzt ist das schwer. Und ich bin sehr gespannt, wie die Community entschieden hat. Na klar. Am wenigsten Batman und Superman. König der Löwen, ähm, mit 26 Prozent. Und hier, äh, Florentin in der Gunst, ähm, der Leute. Aber nur ganz kurz als Verständnisfrage. Ist das wirklich ne Rating-Sache, dass die keine Genitalien hatte? Weil ich mein, Tier-Genitalien, ist das echt ein Problem? Also ... Genau, also ... Aber auch bei Tieren? Es kommt jetzt drauf an, wie ... Vielleicht wollten sie einfach super safe gehen, dass es nachher nicht irgendwelche Memes gibt. Guck mal hier, der Pimmel von Mufasa. Ich mein, wenn du Pferde im Film siehst, die haben ja auch keine Hose an oder so. Ich mein, oder? Der Fact-Checker. Hast du schon mal ein Arschloch in einem Disney-Film gesehen? Bei all den Tieren, die sie bisher irgendwie abgebildet haben. Ja, das stimmt, ja. Hast du schon mal ein Arschloch in einem Disney-Film gesehen? Aber du kannst ja normale ... Einige grad. Einige, aber hinterher bin ich mir nicht sicher. Ich mein, so einen schönen Kuh-Euter, da sagt doch auch keiner nein. Aber der ist nicht sexualisiert. Moment, der Kuh-Euter ist aber auch kein Genital. Na, es ist theoretisch das sekundäre Geschlecht so kann. Ja, okay. Okay, aber ... Wir werden das hier noch verfeinern und definieren, was dazu alles gehört. Jetzt machen wir erstmal eine ganz kurze Werbung. Und dann melden wir uns gleich zurück. Ich geb einen kleinen Cliffhanger. Ich sag euch nämlich, was wir gleich suchen in Runde 3. Und zwar geht es hier gleich darum, was ist der beste Film von ... aus dem Jahr 1999? 20 Jahre. Nee, warte, 30 Jahre. 20. 20. Plus 2009, plus 10 sind 20 Jahre. 20 Jahre, ja. Filmfights. Jetzt willkommen zurück zu Filmfights. Ähm, die Sendung, die so viele Leute gucken, wie Gesamt-Recklinghausen Einwohner hat, hab ich grade erfahren. Im besten Fall. Wie viele Einwohner hat Räcklinghausen? Knapp. Ich hab mich nur gewundert, wie groß der Fußballstadion ist. Wir kommen jetzt zur ... eben schon angekündigten ... du machst den nicht mit dem Filmfights ... Oh nein! Okay, damit ist der Punkt für die Fußballstadion schon wieder weg. Ja, was soll ich machen? Das ist du! Was soll ich machen? Unfassbar. Es tut mir leid. Ich brauch ... Also dieser Moment ... Ja genau, das ist es. Ja, aber dieser Moment geht trotzdem in die Geschichte ein. Das ist ja jetzt kein Grund. Runde 3! Okay, so viel Passmann hat ihren weggeworfen. So, jetzt darf Dominik anfangen. Und zwar ist die Frage ... Heute vor 20 Jahren war das Jahre. 1999. Aber auch ... Ein geiles Jahr. Und morgen vor 20 Jahren war 1999. Weil es war ja das ganze Jahr 1999. Und deshalb, weil es das Jahr 20-jähriges Jubiläum feiert, haben wir uns überlegt ... Hä? Fragen wir ... Ähm ... Was war denn der beste Film? Da kamen so tolle Filme raus 1999. Aber welche drei Filme findet ihr waren die besten? Also, jeder einen natürlich. Tatsächlich sagt man ja 1999 ist somit das beste Filmjahr irgendwie seit immer. Weiß man warum? Weil einfach sehr viele gute Filme rausgekommen sind. Okay, gut. Aber hatte keinen Grund. Nö. Also ich weiß keinen. Deswegen sage ich nicht nein, damit ich gleich nicht schröckerde rügen kann. Okay. Ähm ... Ich habe mir einen Film rausgesucht, der vielleicht so ein bisschen die Außenseiterposition hat. Der aber für mich etwas ist, was für mich das Herz des Kinos trifft. Nämlich eine Geschichte, die ich nur so im Kino erleben kann. Die Rede ist von Being John Markovich. Charlie Kaufmann, fantastisches Drehbuch geschrieben, der ja sowieso einfach immer in der absoluten Kreativität sich suhlt. Und das wirklich immer Geschichten sind. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass ich es vielleicht visuell auf irgendeine Art und Weise aufbereitet habe, sondern wirklich Geschichten habe, die ich so noch nicht erlebt habe. Und das ist in Being John Markovich definitiv der Fall. Er hat sehr, sehr viele Metaphern, um es aber ganz kurz anzureißen, damit man vielleicht überhaupt, wenn man den Film nicht gesehen hat, weiß, worum es geht. Ganz kurze Idee, es ist ein Puppenspieler, gespielt von John Cusack, sehr unglücklich, soll er in ein Büro gehen, was in einem halben Stock ist. Und deswegen ist die Decke auch nur auf 1,50. Und dort findet er eine Tür, die ihm ermöglicht, 15 Minuten nicht im Körper, sondern so im Geiste von John Markovich, John Markovich zu sein. Und fällt nach einer Viertelstunde später einfach auf einer Autobahn mitten aus dem Nichts draus und ist halt total berauscht von dieser Idee. Und eben da viele Metaphern mit Puppenspieler, mit Macht, mit Wer bin ich? Wer kann ich sein? Und unfassbar schräg, aber ein Film, der je öfter du ihn siehst, du mehr entdeckst und für mich einfach ein absolutes Meisterwerk. Und tatsächlich auch sowohl schräg, aber auch unfassbar interessant und spannend und gleichzeitig aber auch wirklich tief ins Herz. Alles klar, Florentin. Ja, ich habe einen Film genommen, der das Unmögliche schafft, der einfach auf allen Ebenen unfassbar überzeugt und nicht nur mich geflasht hat, sondern eine ganze Generation und eine ganze Filmgeschichte eigentlich durchdrungen hat. Ich rede von Matrix, einem Film, der nicht nur auf technischer Action-Ebene, wir haben Bullet Time, wir haben unglaubliche Sprünge in der Kameratechnik und CGI, was wir davor nie gesehen haben, was auf allen Ebenen funktioniert und heute immer noch unglaublich umhaut. Sondern einer, der es auch geschafft hat, unseren Kopf zu öffnen. Dieser Film hat es geschafft, dass wir unsere Realität hinterfragen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand diesen Film gesehen hat und danach nicht im Bett lag und sich dachte, what the fuck, was ist hier eigentlich los? Und diesen Spagat zu machen zwischen einerseits krasser Action-in-your-face-Unterhaltung, Action-Szenen, andererseits auch diese tiefgründigen philosophischen Dialoge zu haben, wo wir alle im Philosophieunterricht irgendwie mal drüber gesprochen haben. Descartes und alles, der diesen Spagat perfekt macht und auf allen Ebenen so gut funktioniert. Wir haben die rote und blaue Pille, wir haben Morpheus, wir haben all diese Elemente, die sich so tief in unser Gedächtnis eingedrungen haben, dass es ein absolutes Wunder ist, dass ein Film all diese Elemente so brillant vereinen kann. Und deswegen für mich ganz klar dieser Film, der über allen ragt, Matrix Teil 1. Vielen Dank und Marco. Ich weiß noch, als ich die E-Mail gekriegt habe für diese Frage, habe ich innerhalb von fünf Minuten drauf geantwortet. Und das lag auch daran, weil bei dieser Frage 1999 für mich sofort nur zwei Antworten in den Kopf geschossen sind. Es gibt nur zwei Filme, die ich sofort mit 1999 assoziiere. Das eine ist tatsächlich Matrix, der andere Film ist aber Fight Club. Und da der andere Film Fight Club ist, muss ich einfach für Fight Club pedieren. Dieser Film ist gerade durch seine Gesellschaftskritik, aber vor allem diese Konsumkritik, noch relevanter als jemals zuvor. Also, ich gucke ihn heute noch lieber als früher. Es ist sowieso ein Film, der mit einen der besten Twists in der Filmgeschichte hat. Aber hier das ganz, ganz große Kunststück vollbringt, dass der Film durch den Twist, wenn man ihn schon weiß, immer besser wird. Er wird immer, immer besser. Man sieht neue Sachen und man erkennt neue Sachen. Und man hinterfragt immer mehr seine eigene politische Einstellung. Und wie man andere politische Einstellungen eigentlich sehen sollte. Was das im Detail bedeutet, können wir gleich nochmal erörtern. Aber ich glaube dadurch, dass dieser Film heute relevanter ist als jemals zuvor und das leider Matrix nicht ganz geschafft hat, wegen Matrix 2 und 3. Weil all die Fragen, die er stellt, werden Matrix 2 und 3 leider unbefriedigend beantwortet und dadurch der erste Film entmystifiziert. Habe ich ein Riesenproblem damit, Matrix zu nehmen, obwohl ich ihn so geil finde. Nur um ganz kurz an der Stelle Quentin Tarantino zu zitieren. Für ihn war Matrix der beste Film der letzten 20 Jahre. Nur haben Matrix 2 und 3 diesen Film leider so sehr geschadet, dass er zwar immer noch in die Top 20 der letzten 20 Jahre gehört, aber nicht mehr der beste Film der letzten 20 Jahre ist. Das ist für mich Falschklapp. Okay, shit. Ich hab Bock, drei Filme nach der Sendung zu gucken. Ja, dann diskutiert mal. Ich mein, dagegen kann ich nicht sagen, Matrix 2 und 3 waren eine Riesenenttäuschung und es war furchtbar. Und ich finde, das Argument kann man nicht gelten machen, weil es geht um 1999, es geht auch um diesen Film als solches zu bewerten. Und ich glaube, 2 und 3 waren auch nur so extrem enttäuschend, weil 1 so wahnsinnig gut war. Und ich schaue mir immer die Titilogie und denke mir, ich schaue Matrix 1 und denke mir, holy crap, ich weiß zwar, dass Teil 2 schlecht ist, aber auch wenn er nur halb so gut ist wie 1, dann ist er noch okay und ich fall jedes Mal wieder in das Loch rein. Das Problem ist nicht, wie gut oder schlecht 2 und 3 sind. Das Problem ist, sie schaden dem Ersten. Ich liebe Matrix 1. Ich hab diesen Film 30, 40 Mal gesehen. Aber seit 2 und 3 guck ich den kaum noch. Ich guck ab und zu rein, ich liebe ihn. Keine Frage, ich liebe alle Darsteller, jede Szene, jeden Frame. Dieser Film ist perfekt. Danke. Aber 2 und 3 schaden ihm. Und wir reden von einem Film, der 1999 der beste war und das muss er ja bis heute in der Bewertung für mich immer noch irgendwie sein. Er muss diese Relevanz noch haben. Er hat eine hohe Relevanz, aber leider nicht die Relevanz, die er hätte haben können. Wenn 2 und 3 nicht gewesen wären, hätte ich ihn auch vor Fight Club gewählt. Aber ich finde, das Argument ist nicht fair. Du kannst auch nicht sagen, die ursprüngliche Star Wars Trilogie ist scheiße, weil 1, 2, 3 scheiße waren. Du musst Filme schon für sich bewerten. Aber 1, 2, 3 schaden der alten Trilogie nicht. Ja, und genau so ist es bei Matrix auch. Natürlich sind es 2 und 3, weil die Ideen und die Impulse, die in Matrix gesetzt werden, gelten immer noch und die werden dadurch nicht falsch. Sie werden entmystifiziert in 2 und 3. Während ich bei Fight Club, ich kann mit jedem mal gucken, seh ich andere Sachen darüber. Fight Club ist aber tatsächlich trotzdem auf anderen, Fight Club ist aber auf so vielen anderen Ebenen aber angreifbar. Auf welchen Ebenen ist er angreifbar? Zum Beispiel, dass es mehrere verschiedene Bewegungen zum Beispiel auch in Amerika gibt, die eben sehr, sehr viel glauben, das ist natürlich Interpretationssache, aber so missverstehen und eben gerade dieses toxische Männlichkeit, bevor ich mich hier völlig verhaspel, und das sogar auch nachvollziehbar ist, dass das so deutlich missverstanden werden kann, weil das am Ende nämlich eben nicht so aufbricht, dass die Figur von Edward Norton nämlich eben danach trotzdem so viel noch von dieser Figur trägt. Aber das zeigt doch, wie stark der Film als Kunstobjekt wirkt. Kunst muss ambivalent und stark sein und Leute beeinflussen. Und genau das hat, das ist auch eins meiner Pro-Argumente für meinen Film, meiner ist halt, egal von welcher Seite du schaust, ist being John Malkovich in Kreativität nicht angreifbar, er ist im Schauspiel nicht angreifbar, er ist nicht wie zum Beispiel Matrix. Matrix, was du bei jedem Film hast, der natürlich ein neues Level setzt, was Visualität betrifft, nur dann dürfte man heute über Avatar auch nicht schlecht reden, weil er genau in diese Richtung auch geht. Und da ist für mich dieser Film, wenn ich mir ihn heute anschaue, ist einfach wahnsinnig toll gealtert und das ist für mich auch eine Qualität, wenn ich schaue in die Vergangenheit, in den 20 Jahren, was hat eigentlich ein Film geschafft, dass er wirklich eine Geschichte erzählt, er braucht nicht einen Twist, um nochmal einen Mindfuck zu erzeugen. Dieser ganze Film ist ein Mindfuck, weil die komplette Idee dahinter völlig absurd ist, super kreativ und eben auch immer weiter tiefer reingeht und das ist für mich halt einfach Wahnsinn. Und dann darf man auch nicht vergessen, das ist für mich auch nochmal ein Argument, Spike Jonze war 29 Jahre alt, das war sein fucking Debütfilm, als er diesen Film rausgebracht hat und das war eben auch kein Studiofilm, das heißt, das war wirklich auch absolutes Independent-Kino und das finde ich halt einfach, da habe ich mehr Hochachtung vor diesem Ergebnis, vor dieser Idee, vor dem Drehbuch, als vor den anderen beiden Filmen. Also weißt du, warum der Film aber auch nicht angreifbar ist, wenn man sich kaum noch an ihn erinnern kann? Ich weiß noch, als ich die Mail gekriegt habe ... Moment mal, das heißt ja nicht, wenn es danach geht, Moment, Moment, wenn es danach geht, dann ist es jetzt hier Mainstream galore, es heißt jetzt nur nicht, weil irgendwie alle, die den Film dann irgendwie dann mal, dann noch irgendwie geschaut haben, oder weil es jetzt der Superkultfilm ist, dass das ein Argument ist, warum ein Film besser oder schlechter ist. Wenn es danach geht, dann, ich glaube, ich erinnern sich mehr Leute an Titanic oder in Deutschland an Fuck You Goethe, das ist kein Argument, ob ein Film besser ist oder schlechter. Ich finde, wenn man sich an die große Message zum Beispiel des Films oder an einzelne Szenen oder gar an die Schauspieler vielleicht gar nicht mehr erinnern kann, dann ist es leider sehr bezeichnend für einen Film, vielleicht ist es auch nur bezeichnend für mich. Ich weiß noch, ich habe die Liste gesehen, welche Filme heute besprochen werden, so viel kann man ja sagen, man kriegt welche Filme, aber nicht, wer welchen Film ausgewählt hat oder zu welchem Thema, aber ich habe gesehen, Björn John Malkiewicz, ich dachte noch so, den Film hast du einmal gesehen, ich kann mich leider an fast nichts mehr daraus erinnern, geschweige denn, dass er aus dem Jahr 1999 ist, ich habe es dann einfach vermutet und nachgeguckt. Ich habe noch überlegt, soll ich ihn noch mal nachholen? Da habe ich gedacht, nein, das ist doch genau das Problem, ich kann mich kaum an diesen Film erinnern. Mir fällt nur an ein einziges, ich wusste nicht mal mehr, dass Cameron Diaz mitgespielt hat. Er ist gut, er ist sogar richtig gut, er ist mir gut in Erinnerung geblieben, aber ich hatte kein Bedürfnis, den 30, 40 Mal in Matrix zu gucken. Da sind wir bei dem Problem, dass beide Filme nämlich haben, die müssen alle cool sein, sie müssen alle, sie sind alle, also... Es geht doch nicht um Coolness. Na, unter, unter, aber wenn man, wenn man, also so Filmfans, wenn es darum geht, es muss, ne, sind wir, warum sind so Tarantino-Filme, Nolan-Filme, gerade bei dem männlichen Zuschauer sehr beliebt, weil natürlich trotzdem eine gewisse Coolness davor rausgeht und das ist, finde ich halt so schön und das ist für mich eigentlich, gerade wenn ich mich auch, also auch schaue, wann ist eigentlich Film entstanden, wie ist Film entstanden, was war eigentlich auch die goldenen Zeiten des Films und dann ging es nicht immer um irgendwie, dass alles total superkultig sein muss und dass du alles nur einmal zitierst, sondern es ging daraus, mich in eine komplett andere Welt zu entführen und das gelingt, weil Club, auch wenn er eine natürlich erschafft, nimmt mich nicht mit in eine so ferne Welt, wo ich das Gefühl habe, das kann ich nur im Kino erleben und das, oder in einem, in einem Film, in 112 Minuten wie in Jan Malkovich, das, das kann ich nur da. Aber Dominik, dass es kultig ist, kannst du in einem Film nicht vorwerfen, weil der Film kann nichts dafür, dass nach ihm ein Kult gab und das, sowohl Fight Club als auch Matrix ein Kultfilm ist. Es ist im Grunde einfach nur ein pubertäres, ah, wir finden Kapitalismus scheiße, aber die tiefere Message ist einfach nicht da. Was machen sie am Ende? Was ist ihr großer Plan? Sie zerbomben eine Bank, um die Kreditkartenschulden zu löschen. Das ist das, was sich jeder Kapitalist am meisten wünscht, dass die Schulden entfernt werden, dass man noch mehr konsumieren kann, dass alle noch mehr Geld haben, dass alle von ihren Schulden erlöst sind. Das Problem ist, dass es Paradoxon, wir reden doch jetzt schon gerade darüber, wir deuten das Ende. Ja, wir reden darüber, weil du es ihr genannt hast, aber das Problem ist, dass die Kapitalismuskritik grundsätzlich nicht funktioniert und es am Ende einfach nur ein, ah, wir sind alle gegen Kapitalismus, wir sind cool, wir haben Oberkörper frei, wir sind alle cool. Es ist einfach nicht fundiert, es ist einfach nur coole Oberfläche. Du vereinfachst aber gerade die Message von Fight Club. Er kritisiert den Kapitalismus, aber er zeigt nicht den besseren Weg. Eben, aber den Kapitalismus zu kritisieren ist nicht das Problem. Das kann jeder, das macht jeder coole 14-Jährige, der sich eine Anonymous-Maske an die Wand trinkt. Man kann ja doch die Probleme des Kapitalismus aufzeigen. Und dann können wir darüber diskutieren, weil das macht Fight Club. Fight Club nimmt die Maske der Gesellschaft und zeigt uns das Ruhe und Raue dahinter. Matrix. Und die Menschen dahinter. Und darüber können wir diskutieren. Es gibt keine einfache Lösung bei Fight Club. Du kannst die Lösung nicht runternehmen. In Fight Club können wir gerade nicht drüber diskutieren, weil eben es einfach auf einer pubertären 14-Jährigen, ich hänge mir ein Bild von Tyler Dörden an die Wand, Niveau gemacht wird. Und man kommt nicht weiter. Man nutzt es als, sag ich mal, weiteres Verkaufsargument. Was für mich der Grund ist, warum es so viele gibt, die ihn so missverstehen und eine komplette andere Bewegung daraus entstehen. Nee, man kann ihn gar nicht missverstehen, weil es genau das sagt. Es ist einfach, wir nutzen Kapitalismuskritik als Verkaufsargument. Offensichtlich kann man nicht missverstehen, weil er hat auch selber davon geredet, dass Leute auf die Barrikaden gehen mit dem Film im Hintergrund. Nein, weil sie das... Ich weiß nicht, ob das ein Missverstehen ist. Es gibt auch Leute, die verstehen Star-Shirt-Tube. Nein, es geht da tatsächlich um das Männlichkeitsbild, was am Ende, nämlich von Fight Club, nicht so aufgebrochen wird, wie immer gerne behauptet wird. Das Interessante ist halt, dass Matrix lässt sich nicht nur den Kapitalismus hinterfragen, sondern generell alles. Matrix schafft es, glaube ich, als einziger Film, dass du wirklich überlegst, steht diese Flasche hier gerade wirklich vor mir? Und wirklich, es ist einfach eine komplette Umwälzung darüber, wie jeder über uns in die Realität gedacht hat. Ja, aber ich kann nicht aus einem Starbucks-Becher trinken, ohne zu überlegen, was das eigentlich bedeutet. Ich kann nicht im Ikea-Katalog blättern und drüber nachdenken, was das für mich als Person eigentlich aussagt, dass meine ganze Wohnung voll mit Ikea... Aber woran denkst du? Das ist ein Fact-Up-State. Aber du kommst nicht weiter, aber du denkst an Brad Kip. Also da muss ich jetzt auch, wenn ich mir damit vielleicht selber ins eigene Fleisch schneide, da muss ich aber mehr, also 20 Mal mehr bei Florentin sein. Also Leute, heute noch eher mal der Gedanke, krass, was wäre eigentlich, wenn wir gerade an einer Maschine wären? Bei Fight Club, Nobody sitzt doch heute nach 20 Jahren da und sagt sich, krass, das war ja wie ein Fight Club. Das ist ja echt voll die... Also 0,0. Du tust es, Konsumkritik ist doch heute größer als jemals zuvor. Ja, aber nicht wegen Fight Club. Aber Fight Club ist ein Symptom davon. Und keiner erinnert sich deswegen an Fight Club. Fight Club ist ein Symptom davon, der Kult darum herum auch. Und Fight Club war 20 Jahre früher da, als die Kritik heute in dieser Größe da ist. Auch Fight Club ist nicht der einzige Film, der Konsumkritik... Ich bin bei dir, dass man wegen Matrix die Realität hinterfragt. Das ist jetzt ein Kinnik. Also Konsumkritik ist doch jetzt nicht, dass ich sage, wow, David Fincher und das Buch von, ich habe einen Namen vergessen, drei Jahre vorher... Chuck Pelniak. Chuck, so genau, ist jetzt irgendwie der Erste und der Einzige, der Konsumkritik geäußert hat. Also ich habe Chuck Pelniak vor vier Wochen interviewt auf der CCXP. Und das war eines der interessantesten Gespräche, die ich je führen durfte. Das war wirklich unfassbar. Nee, aber das sagt doch jetzt aber nicht aus, dass er Konsumkritik gefunden hat. Nee, 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 jetzt pass auf. Fight Club ist voll mit diesen kleinen Anekdoten und perfekten Dialogen, die einfach zum Nachdenken anregen. Zum Beispiel die Sexszene zwischen Helena Bonham Carter und Brad Pitt und wenn sie beide danach liegen und sie dann einfach in einem amerikanischen Film sagt, das war der beste Sex seit der Highschool? Nee, seit der Schule. Also ich weiß nicht mehr, wie es auf Englisch heißt. Aber seit der Vorschule... Since Great School. Ja, since Great School. Also solche Sachen, die so in your face mit einem amerikanischen Publikum oder dass am Ende eben kurz dieser Sexschnipsel eingeblendet wird, genauso wie es Tyler Durden am Anfang prophezeit hat. Dieser Film ist reine Provokation, eine Art von Provokation, wie es Kunst eben geschafft hat. Matrix ist nicht wirklich provozierend. Es ist eben nur eine Provokation. Es ist schlimm, dass ich da sitze und dann die Realität hinterfragen. Es ist eben nur eine Provokation. Aber das ist nur ein leichtes Kimmik. Das ist ja genau das Ding. Am Ende des Tages denkst du nicht, dass du an einer Maschine angeschlossen bist. Doch, vielleicht doch. Und ganz kurz. Du denkst, du bist an einer Maschine angeschlossen. Aber dass du einen Penis in einen Film schneidest, das kann jeder. Provozieren kann jeder. Nicht in einem amerikanischen Film. Ja, gut, aber mein Gott. Aber es geht doch hier darum, was ist im Film und nicht, wie mutig ist das in der Gesellschaft. Und das ist auch mehr als das. Das ist eben nur eine leere Provokation, die zu nichts führt. Aber ist so clever, Tyler Durden, bevor Tyler Durden zu sehen ist, in wenigen Frames, ich glaub drei oder dreimal, zwei oder dreimal in diesem Film kurz reinzuschneiden für zwei oder drei Frames. Nur ganz, ganz kurz. Immer an Stellen, wo gerade Edward Norton mit seinem Insomnia zu kämpfen hat. Das ist so ein cleveres und cooles Foreshadowing. Der Look und das Feel von diesem Film waren zu seiner Zeit wegweisend. Gut, aber wenn du über Look und Feel redest ... Wir reden ja von 99 und zum Beispiel Color Grading war noch in den Kinderschuhen. Matrix hat auch ein cooles Color Grading, aber ein sehr einfaches Color Grading. Die Matrix ist grün, alles außerhalb ist kalt und blau. Fertig. Ja, aber der Matrix schafft es eine unglaublich komplizierte Prämisse, einem Massenpublikum zuzugeben. Und was CGI-Kameratechnik mit all das angeht, glaube ich, müssen wir nicht drüber reden, dass Matrix alles auf dem Niveau revolutioniert hat und alle danach versucht haben, es nachzumachen. Sie haben es versucht nachzumachen und keiner ist mehr da rangekommen, an die Idee, auch mit so vielen praktischen Effekten das zu kombinieren. Aber das ist ja das Traurige an Matrix. Nach Matrix haben wir alle gedacht, wow, jetzt wird es noch mehr Filme mit Bullet Time geben und es wird alles noch cooler. Es gab diese billigen Versuche, die komplett mit CGI waren. Selbst Matrix 2 und 3 gehören zu diesen billigen Versuchen, das nachzuahmen, aber es nicht zu erreichen. Aber das Einzige, was Matrix dann stilistisch losgetreten hat, war, dass in allen Vampirfilmen Vampire auf einmal lange Ledermäntel tragen und cool aussehen. Richtig, und er hat gezeigt, dass es eben nicht so einfach ist, den Ziel von Matrix zu kopieren. Aber er hat nicht revolutioniert, würde ich damit sagen. Danach hat es ja nichts geändert. Mit Revolution meine ich nicht die Wirkung auf alle anderen Filme, sondern die Wirkung innerhalb des Films. Und du sagst ja eben gerade, dass es eben nicht reicht, Bullet Time oder einen langen Mantel zu übernehmen, um an die Coolness von Matrix ranzukommen, sondern dass es eben Matrix alleine eben schafft, dass man es nicht einfach kopieren kann. Aber selbst darin ist ja Matrix ein Kongnumerat von vielen coolen Ideen. Weißt du, die Bullet Time hat Matrix nicht erfunden, die hat John Woo erfunden und die Zeitlupe hat nicht er erfunden, sondern Sam Peckinbar in den 60er Jahren. Die langen Ledermäntel und so, da sind wir bei Crow und bei anderen Filmen. Schizophrenie, zwei Figuren in einer hat auch nicht. Nichts, was in Matrix passiert. Ich sag ja auch nicht, dass es die Universität ist. Das hat Total Recall auch schon gemacht. Für mich zählt tatsächlich, aber ja. Das ist nichts revolutionärer. Ich hab alles gesagt. Mein Film hat Herz. Marco. Kreativ. Das ist schön heute. Faktchecker. Du hast zugehört? Was geht dir durch den Kopf? Und hast du vielleicht noch ein paar andere Filme, die 1999 ... Oh, 1999 waren gute Filme. Sixth Sense zum Beispiel war auf jeden Fall ein Film. Das Argument der Massentauglichkeit, welcher Film die meisten Menschen angesprochen hat usw. Wenn wir danach gehen müssten, wäre es tatsächlich Episode 1. Das war nämlich zum Beispiel in Deutschland der erfolgreichste Film des Jahres. Den hab ich verdrängt. Ich hab kurz überlegt, ob ich den nicht ... Aber Wild Wild West kam auch raus. Wild Wild West kam auch raus. An Wild Wild West erinnere ich mich besser als an Being John Maxx. Was mich ja so ein bisschen enttäuscht, dass hier keiner von euch einen Film genommen hat. Der kam auch 1999. Nee, was ... Wir hatten wirklich ... Wir haben ein gutes ... 1999 war ein krasses Jahr. Es war wirklich ein krasses Jahr. War nicht American Beauty auch? Ja, American Beauty war auch da. Warte mal, ich hatte es eben noch aufgerufen. Schade, das habe ich wieder zugemacht. Aber jetzt noch mal kurz, was hier in Deutschland noch am Start war. Ja, ich muss auch zum Beispiel dazu sagen, Fight Club ist ja weit abgeschlagen. Der war irgendwie auf Platz 40 der erfolgreichsten Jahre. Ice White Shut war zum Beispiel auch noch ein Film, der 1999 rauskam. Blair Witch Project, ebenfalls ein Film, der ein ganzes Genre losgetreten hat. Obwohl es das eigentlich schon vorher in Auszügen mal gegeben hat. Also 1999 war echt ein starkes Jahr. Viel Spaß bei der Entscheidung. Ja. Ähm ... Okay, also ... Ihr habt alle sehr viel gesagt, auch mit sehr viel Leidenschaft eure Filme verteidigt. Man hat auch den gegenseitigen Respekt vor den Filmen der anderen genannt. Es ist, glaube ich, auch nicht immer leicht, Filme runterzumachen, die man selber auch feiert. Ähm ... Marco, du hast das bei Matrix auch versucht mit der Entmystifizierung durch Matrix 2 und 3. Ich bin da ein bisschen bei Florentin, dass das für mich so ein Argument ist, was ich nicht so ganz gelten lassen kann. Ähm, es stimmt zwar, dass Matrix 1 wirklich einer der seltenen Filme ist, die schlechter geworden sind durch seinen Nachfolger. Ähm, aber stellen wir uns jetzt vor, es ist das Ende des Jahres 1999. Welcher Film ist der beste? So. Ähm, ich will wissen, welcher Film war 1999 ... Silvester quasi. Der beste Film. Und ich finde auch nach wie vor macht Matrix 1 immer noch unfassbaren Bock. Also, es ist jetzt nicht so, dass daraus ein kompletter Schrottfilm geworden ist oder so. Er beantwortet einfach viele Fragen nicht oder führt viele Dings nicht zusammen. Aber ich finde, man kann ... Es ist unheimlich schwer, dem Film anzulasten, dass noch zwei andere Filme kommen. In dieser ... Wenn jemand jetzt sagen würde, was die beste Trilogie oder das Gesamtwerk oder so, da würde ich dir vollkommen recht geben. Aber es war wirklich spezifisch nach einem Film 1999 gefragt. Finde ich ein bisschen schwierig, dann mit Filmen noch zu antworten, die danach noch kamen. So könnte man zum Beispiel auch sagen, dass Kevin Spacey, weiß ich nicht, dadurch, dass man jetzt, weiß ich nicht, weiß, was er gemacht hat oder vermeintlich gemacht hat, seine Filme auch nicht mehr macht. Weil irgendwas noch gekommen ist, was deine Bewertung von heute rückwirkend beeinflusst. Ähm, auch wenn es jetzt nicht in einem Film war. Aber generell will ich das alles, ähm, was nicht 1999 war, ausschließen. Ähm, darüber hinaus hast du aber sehr viel, äh, interessante Sachen auch über Fight Club gesagt. Viele, über die ihr auch hier gestritten habt. Die Gesellschaftskritik, die, ähm, Konsumkritik. Wie relevant ist sie noch? Ähm, du hast auch gesagt, Florentin, dass auch, äh, Matrix viele, ähm, interessante philosophische Fragen aufgeworfen hat, die auch heute noch diskutiert werden. Ihr wart kurz im Ansatz darüber zu diskutieren, wer von euch ein Roboter oder eine Maschine ist. Ähm, ich bin noch nach der Sendung gespannt auf diesen, äh, äh, Diskurs. Ähm, Being John Malkovich hast du, ähm, als, äh, ein kreatives Meisterwerk, ähm, auch hier gepriesen, Dominik, und auch noch mal herausgearbeitet, dass das auch ein Independent-Film war. Und ich finde auch das Argument, wie man sich dran erinnert, also, das ist natürlich kein Argument, weil hier müssen auch kleine, unbekannte Filme die Chance haben. Wenn Wolfgang M. Schmidt hier sitzt, der kommt da dauernd mit Filmen, die kein Mensch außer ihm kennt, so ungefähr. Ähm, aber darum geht es nicht. An was kann er sich erinnern? Dominik kann sich offensichtlich sehr gut dran erinnern, und das hat er auch, ähm, sehr schön, ähm, klargemacht. Es ist auf jeden Fall ein schräger Film. Mir hat aber noch so ein bisschen Dominik gefehlt. Du hast, du hast sehr oft gesagt, der ist toll, der ist super, der ist gut. Aber warum? Was hat der mit, was war, also, das reicht mir noch nicht, das einfach so erst mal als Behauptung darstellen zu lassen. Da haben Florentin und Marco mit ihren Filmen schon ein deutlicheres Bild gemacht. Du hast auch noch mal die Wertigkeit von Matrix genannt in Sachen Effekten. Insgesamt, finde ich, aber hat Marco Fight Club sehr gut verteidigt. Hat wirklich sehr viele Aspekte genannt. Natürlich kann man darüber sagen, kann man sagen, dass nicht mehr alles davon 20 Jahre später genau die Relevanz ist. Natürlich ist Fight Club nicht alleine für die Konsumkritik heute zuständig. Aber es ist schon ein Film, der enorm weitsichtig war vor 20 Jahren, der vor 20 Jahren schon Themen angesprochen hat, die eben immer noch top aktuell sind. Jetzt mal abgesehen von KI und so weiter. Das ist aber noch ein bisschen abstrakter. Und auch, ja, technisch neue Sachen. Er hat einen Twist eingeführt. Er hatte Sixthands in einer ähnlichen Art und Weise. Aber er hat viele Sachen reineingeführt mit den Schnipseln. Das ist eben ... Natürlich kann man ... Du hast auch recht mit der Toxic Masculinity, dass das schon auch so eine Machokultur ist. Aber ich hab darüber nachgedacht. Und ich finde, dass eigentlich die Machos in diesem Film ja eigentlich die Idioten sind. Es ist ... Klar will jeder einen Körper haben wie Brad Pitt und irgendwie bumsen und aussehen wie Brad Pitt. Aber wenn man intellektuell sich dem Film nähert, ist das eigentlich nicht erstrebenswert. Und das ist ja auch das, wovon sich eigentlich Edward Norton distanziert letztendlich oder emanzipiert von dieser Figur. Aber klar gibt es viele Leute, die sagen, Ja, Fight Club! Kann man aber nicht nur dem Film anlasten. Deshalb geht der Punkt für mich an Marco. Cool. Und ich sehe schon, du hast gelernt, die von Tino, ein altes, mittlerweile legendäres Film-Fights-Argument, zu sagen, ich kann mich an den Film nicht erinnern, also ist er schlecht. Ich wusste nicht, dass es das ist. Das hat Tino berühmt gemacht, dieses Argument. Aber es fällt ja auch. Aber nee, absolut. Aber es ist genau wie, was Tino gesagt hat, wenn zwei und drei nicht gewesen wären, wenn Matrix 1, ohne Frage für mich. Nee, aber verdient gewonnen. Du hast ein bisschen wenig zu Matrix erzählt. Ich war, du hättest mich haben können mit Matrix, aber du hast dich zu sehr auf Scharmützel eingelassen, die deinem Film nicht unbedingt verdient haben. Ich wusste, dass ich es sehr, 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 sehr schwer haben würde, aber gesagt, ich nehme den, weil ich nicht Captain Obvious sein will. Weißt du, was die eine Sache ist? Und tatsächlich, weil es auch mein Lieblingsfilm ist. Weißt du, was die eine Sache ist, die ich aus Being John Malkovich wirklich nicht vergesse? Dass die Frau, und ich glaube, es war Cameron Diaz, den Orgasmus aus der Sicht von Malkovich erlebt und sich dann für eine Geschlechtsoperation entscheidet, weil sie denkt, oder glaubt zu wissen jetzt, dass der männliche Orgasmus geiler ist als der weibliche Orgasmus. Und das ist etwas, das ist eine Frage, die hab ich 20 Jahre lang nicht aus dem Kopf geriet. Ich kann mich an nichts erinnern aus Being John Malkovich, außer, ist der weibliche Orgasmus wirklich schlechter? Aber ich geb dir, ich bin fair, ich geb dir recht, ich hab, vor allem, ich hatte selber noch andere Argumente da, die hab ich nicht so platzieren können. Aber nur als Tipp, wenn das dein Lieblingsfilm ist, dann lass mich noch mehr wissen, hol mich noch mehr ab, erzähl mir eine Szene, beschreib mir, was dich begeistert an diesem Film. Versteh ich absolut. Dass ihr alle Filme, die, jeder sagt, sein Film ist super, ne, das reicht als Argument nicht, du musst es schon noch untermauern, da waren die anderen beiden ein bisschen stärker. Jetzt kommen wir zur Umfrage, genau, was sagt denn der liebe Chad? Drei Prozent für mich, Max. Ja, das ist wirklich jahrhärig. Weil den keiner gesehen hat. Acht Prozent für John Malkovich. Also wenige, wenige. Und meine Argumentation war nicht schlimm. Für Fight Club. Es ist aber auch so ein bisschen in der Diskussion, dieses Besiegen durch Ignorieren einfach. Es gibt so oft, dass ein Film einfach ignoriert wird und dadurch nie durch... Nein, aber ich glaube, ich glaube, sag mal, ich hätte bei dir den Punkt holen können mit einer fantastischen Argumentation, die war nicht stark genug. Brauchen wir nicht drüber reden. Publikumsvoting, egal wie, keine Chance gegen Matrix. Wir wollen es ja auch einfach nur wissen, aber das ist einfach klar, dass die Filme, die Leute weniger gesehen haben, auch in der Regel, da musst du schon sehr gut hier sitzen und den Leuten einen Kopf pinseln, damit die dann sagen, ey... Vielleicht wollte ich ja auch nur, dass jemand sich nochmal Being John Malkovich anschaut. Being John Malkovich ist ein brillanter Film und ich hätte wirklich nicht gewusst, was ich dagegen sagen soll. Deswegen dachte ich, ignoriere es einfach. Aber das ist wirklich brillant. Okay, machen wir Werbung, dann kommen wir direkt weiter. Eure Filme waren schlägt. Okay, dann machen wir direkt weiter mit der letzten Großrunde. Danach fliegt einer raus. Wir haben zwei Punkte bei Marco, ein Punkt bei Dominik, null Punkte bei Florentin. Das ist ein absolutes Novum. Vielleicht spielt er aber auch ein bisschen eine Performance bei Mario Maker mit. Ich weiß es nicht. Aber dafür bist du der Publikums-Siebling. Das ist ein kleiner Scherz. Jetzt kann sich aber das Blatt nochmal wenden, denn es gibt zwei Punkte für die jetzige Frage. Wir kommen zur Pitch-Frage in Runde 4. Und wir kehren zurück zu Quentin Tarantino. Und ich möchte von euch, wir wissen ja alle, er steht da drauf nach wie vor, was sehr traurig ist, aber er will es wohl durchziehen. Er will zehn Filme drehen, neun hat er. Plus den einen von Schröcker, den keiner kennt, der nie rausgekommen ist. Der verbrannt ist. Und irgendwo mal im Studenten- Wobei, da darf ich dich aber schon ein bisschen beruhigen. Also der hat so rumgeschwurbelt bei der Pressekonferenz in Berlin mit naja, und Star Trek wäre ja dann auch gar nicht so richtig. Und naja, er wird ja schon ... Also, das war schon so eine Rumschwurbelei. Das wird nochmal ein gutes Marketing-Ding. Ganz ehrlich, wenn er nochmal Bock hat, einen Film zu machen, wird er nochmal einen Film machen. Wir werden es sehen. Ist ja gut, Daniel. Du bist grad nicht drauf, Daniel. Du bist nicht drauf. Das ist dein Kontrollmöglichkeit. Also, Jay-Z hat doch auch irgendwie zehnmal einen Rücktritt einer Klinder und noch sechs Alben rausgebracht. Also, wir sehen's. Jedenfalls ist die Frage, ich will von euch wissen, beziehungsweise ich will, dass ihr den zehnten Film von Quentin Tarantino pitcht. Ihr seid Quentin Tarantino oder sein Gewissen oder was auch immer. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, hier einem Publikum zum ersten Mal euren finalen Film zu pitchen. Wir haben angefangen. Eins, zwei, drei. Ich hab in der letzten Runde angefangen. Vier. Was? Wo sind wir denn? Florentin wäre dran, ne? Florentin, ja. Alles klar. Ja. Quentin Tarantino ist es schwer, an die Frage ranzugehen, wenn man sich immer denkt, okay, geht man auf das, was er noch nie gemacht hat? Geht man auf das, was er schon oft gemacht hat, was man gerne nochmal sehen würde? Und ich glaube, Quentin Tarantino ist so ein bisschen so ein Sammlungsmensch, so ein Filmliebhaber, der auch gerne in der Sammlung zu Hause stehen hat. Er hat ja gesagt, er will zehn Filme machen und dann Mike Drops so, beat that bitch. So einfach wirklich, ich hab hier eine abgeschlossene Filmsammlung, hier ist alles drin, was man braucht. Und er ist ja ein Freund des Genres. Also er hat Western gemacht, er hat den Gangster-Film gemacht. Und deswegen glaube ich, für seinen letzten Film will er diesen Pakt, diese Sammlung einfach nochmal kompletieren und macht einfach noch einen weiteren Genre-Film und zwar den ganz klassischen Mittelalter-Film. Er macht einen Ritter-Film. Und zwar sind wir im 15. Jahrhundert und wir sehen Quentin Tarantino presents Burning Jeanne. Wir sehen ein Biopic über Jeanne Dark. Völlig richtig, Jeanne Dark. Stellt euch vor, ein 16-jähriges Mädchen in Ritterrüstung auf einem Pferd mit Funkmusik drunter, die einfach mal durch so einen mittleralterlichen Marktplatz geht und einfach mal den Ton ansagt. Wir haben eine starke, taffe Hauptfigur mit Jeanne Dark. Wir haben Gewalt, wir haben Gemetzel. Wir haben die Inquisition, diese Jagd, natürlich angeleitet vom Hochinquisitor Christoph Walz, natürlich, wie sollte es anders sein. Wir sehen einfach eine junge, religiöse Frau, die mit ihrem Glauben im Rücken einfach Ass kickt. Wir haben interessante Szenen. Wir haben wieder die trivialen Dialoge teilweise. Wir haben etwas, was wir noch nie in dem Mittelalter-Genre gesehen haben. Wir haben einfach coole, normale, lockere Figuren. Das, was Kenneth Tarantino ausmacht, diese Gangster-Figuren, die über triviale Dinge reden. Bei Mittelalter-Scheiß, da haben wir immer Königreich der Himmel irgendwie, oh, wahnsinnig tiefgründig, starren in die Ferne. Aber hier haben wir einfach mal normale Leute, die sich über normale Dinge unterhalten. Gleichzeitig diese halb weirde, halb verrückte, halb schizophrene, angeblich mit Gott sprechende Jeanne Dark, die auszieht, um einfach das gesamte Land zu erobern. Wir haben am Ende den großen Prozess, wo wir natürlich ganz klassisch in Christoph Walz versus Mil, äh, das fällt mir der Name nicht ein. Mila Jo? Nee, die kleine. Egal, reiche ich nach. Wir haben am Ende den großen Prozess, wo die beide sich ein enormes Wortgefecht leisten. Wir alle wissen, Jeanne Dark wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt, aber dieser Film endet natürlich historisch inkorrekt anders. Ich will nicht spoilern wie, aber macht euch gefasst. Es wird großartig. Wir sehen Burning Jeanne, eine 16-Jährige, kicks ass im Mittelalter. Es wird fantastisch. Okay. Eine 16-Jährige, ich schreibe mir das noch auf, kicks ass im Mittelalter. Das ist der Name. Das steht auf dem Poster. Eine 16-Jährige, kicks ass im Mittelalter. Alles klar, Marco. Ich möchte den Film pitchen, der sehr wahrscheinlich und vielleicht auch hoffentlich oder auch leider der letzte Film von Quentin Tarantino sein wird, nämlich sein Star Trek Film. Ich müsste aber etwas konkreter machen. Also er ist ja mit einem Pitch selber zu Paramount gegangen und die haben ihn Kussern sofort genommen und ihm zugesichert, was ja sehr ungewöhnlich ist für das Star Trek Franchise. Du darfst deinen Star Trek Film machen, du hast volle Freiheit und er darf R-Rated sein. Das Besondere an dem Film ist natürlich, dass er nicht selber das Drehbuch schreibt, deswegen dieses Rumgeschwurbel auf der Pressekonferenz, ob das jetzt wirklich sein letzter Film sein wird oder nicht. Er hat aber neulich bei Jimmy Kimmel nochmal bekräftigt, dass er sich durchaus vorstellen kann, dass das sein allerletzter Film wird. Er hat das Drehbuch auf dem Nachttisch liegen. Es liegt da. Das ist geschrieben von Mark L. Smith. Der hat The Revenant geschrieben. Er wird das lesen oder hat's schon gelesen, er wird es überarbeiten und dann wird er daraus einen Film stricken. Die Frage ist, was für ein Film ist das? Und ich möchte jetzt ein bisschen weitergehen und wage die Prognose, dass das ein richtiger Star Trek IV wird. Weil das war bisher unklar. Es gibt zwei Star Trek-Projekte in Entwicklung, Star Trek IV und Star Trek Untitled, eben das Tarantino-Projekt. Und Star Trek IV im Moment liegt komplett auf Eis. Aber sein Film ist, glaube ich, eine Fortsetzung innerhalb dieser Calvin-Timeline. Warum ist das so? Er ist ein Riesenfan vom 2009er Star Trek. Er liebt diesen Film. Er hat diesen Film als zwischenzeitlich als den besten Film des Jahres gelistet und ist total verliebt in diese Crew, in die Charaktere. Er hat besonders betont, dass es die Charaktere sind. Mit diesem ganzen Timeline-Quatsch, sag ich mal, das war mehr oder weniger seine Wortwahl, kann er gar nichts anfangen, das versteht er auch nicht. J.J. Abrams hat ihm zehnmal versucht, das mit Khan zu erklären und wie das sein kann. Aber für Tarantino existiert das nicht. Benedict Cumberbatch, Khan, wie geht das bei Ricardo Montalban als die richtige Figur und so weiter? Das interessiert ihn nicht. Was ihn interessiert, sind die Charaktere. Und was ihn interessiert, ist selber seine Rache-Version, wie ich hoffe, von einem Star-Trek-Film machen zu können. Nicht umsonst hat er schon ein Kill Bill, die Klingonen zitiert mit Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. Und ich hoffe, dass dieser Film der Film ist, den Tarantino ganz am Ende seiner Karriere uns kalt servieren wird. Okay, vielen Dank, Marco. Dominik? Ich hab auch lange überlegt, was könnte es tatsächlich sein und bin aber selber auf den Punkt gekommen, dass ich glaube, dass er, also mit dem Zehnten, es muss dann halt echt so ein sehr, sehr starkes Ausrufezeichen sein, so von wegen. Und ihr habt immer geglaubt, ihr wüsstet, wer ich bin, was ich mache, worauf ich stehe. Was vielleicht sogar von so absoluten Hardcore-Fans, die immer sagen, es muss immer alles cool und alles so, wie wir es natürlich auch lieben, sein muss. Aber dass er sagt, nein, ich liebe nun mal Filmgeschichte und ich habe mir verschiedene Genres, wie du auch schon gesagt hast, rausgepickt und nehme mir aber eins, was man A von mir nicht erwartet und was speziell auch Goldene Zeiten hatte und es wird sein erster klassischer Liebesfilm. Dafür hat er sich auch wieder Filme rausgepickt, die er natürlich dann auch auf gewisse Art und Weise feiern wird, aber eben auch Filme, die sehr, sehr überraschend sind. So sagt er zum Beispiel Quentin Tarantino selber auch mal, dass er Rapunzel, die Disney-Variante, als tollen Film findet. Also man kann nicht immer nur denken, es geht bei ihm immer nur um Gewalt, sondern er hört eben auch gerne oder sieht auch gerne andere Genres. Und so habe ich beispielsweise natürlich vom Winde verweht, Frühstücks bei Tiffany, aber auch ist das Leben nicht schön, auch wenn es ein Weihnachtsfilm ist, aber ja trotzdem keine Liebesgeschichte. Vergiss mal nicht, habe ich dabei, ich kann nicht mehr meine komplette Schrift lesen, Romeo und Julia, Pretty Woman und eben noch ein paar andere Filme. Und er erzählt die Geschichte von Joe und Joe ist am Boden zerstört, er ist ziemlich depressiv und daran merkt man direkt, die Geschichte ist kein klassischer Liebes-Liebesfilm, wie man ihn sofort erwarten würde, so nach dem Motto, ja, Mac Ryan kommt gleich um die Ecke und lächelt nett. Denn ihn plagen die Depressionen so sehr, dass er Selbstmord plant, aber hat noch so ein Stück weit ein Restgefühl für seine Mitmenschen da, dass er sagt, er möchte keinen Scherbenhaufen hinterlassen, sondern plant die Beerdigung von sich selber unter dem Deckmantel einer anderen Person. Er möchte sogar bis zur Beerdigung selber leben und eigentlich bei der Beerdigung sich selber das Leben nehmen. Er teilt das Ganze in vier Kapitel auf, Blumen, Leichenschmaus, Begräbnis und Trauerfeier. Und die Trauerfeier soll im Kino stattfinden, dort möchte nämlich Joe seinen absoluten Lieblingsfilm präsentieren, von dem er der Meinung ist, euer anderes Leben oder sein Leben wäre auch besser verlaufen, wenn alle diesen Film geschaut hätten. Und bei diesen Planungen, da kommen wir dann jetzt endlich auch zu diesem Liebesfilmding, was aber ja mal bei Tarantino dauern darf. Er hat ja auch schon mal eine lange, lange Exposition. Verliebt er sich in die Theaterleiterin Anne, weil sie die Einzige ist, die genau auf demselben Level auch Filme liebt und Filme schaut. Und plötzlich aber, also sie nähern sich auch irgendwie an, plötzlich aber sieht er eben Anne mit einem anderen, mit einem anderen Mann und seine letzte Hoffnung noch irgendwie am Leben zu bleiben, eben an der Liebe an Kino auch irgendwie hängt, die er aber nicht nur alleine, sondern eben auch teilen möchte. Täuscht er seinen Tod vor, also nimmt seinen Plan in die Hand und sorgt dafür, dass eben alles in die Wege geleitet wird. Es findet alles so statt und den neuen Lebensmut in der Beerdigung, den fasst er aber jetzt eben nicht nur, weil er merkt, oh scheiße, die sind ja doch echt traurig, sondern weil es das Missverständnis zu Anne gab und die Sache ist, er zweifelt, und das ist jetzt quasi das Richtung Ende gehend, er zweifelt aber jetzt selber daran, ob er überhaupt noch ein Leben führen kann, wenn er eigentlich diejenigen, die er gerade da weinen sieht, kann er nicht zurückgehen und sagen, so sorry, ich hab mir da was überlegt, er weiß, dass es kein Verständnis gibt und dummerweise hatte er aber auch bereits, um eben keinen Weg zurück zu haben, Gift genommen. Also was wird passieren? Und das Schöne ist, dass selbst bei diesem Film, den es vielleicht noch gar nicht gibt, aber die Presse bereits sagt, Tarantino erzählt Broken Steel sicher voller Überraschung mit Liebeserklärungen an das alte und moderne Liebesfilm-Genre, bericht mit seinen alten Filmen und liefert doch wieder ein Denkmal fürs Kino. Wow, inklusive Filmquitsch. Ja, ist natürlich immer schwer, die Pitches zu diskutieren, aber ihr habt jetzt noch ein bisschen Zeit, euren Entwürfen vielleicht noch ein bisschen mehr Volumen zu geben. Ich will nur kurz was zu Star Trek sagen, dass das ja ein bisschen gecheatet ist. Weil das ist ein Film, der tatsächlich schon so halb in Produktion ist und wir wissen, dass er Interesse daran hat und ich finde das, was du dem noch beigetragen hast, zu sagen, es wird ein Rache-Plot, das finde ich, macht für mich jetzt den Rat nicht mehr fett. Ich sage gerne mehr zum Plot, aber ... Ja, aber da bin ich bei vorhin, es ist mehr so eine analytische, das wäre es als wirklich, also das war ja eine kreative Aufgabe und da finde ich auch, nur mir jetzt was von Star Trek zu erzählen, was es alles für Ebenen schon gibt. Aber die Frage ist immer, wie kreativ will man sein? Weil ich höre eure beiden Pitches und denke die ganze Zeit so, ich sehe da kein Tarantino, ich sehe da kein Tarantino. Ja, lass ihn doch mal machen, das hat man beim Western auch gesagt. Nee, überhaupt nicht. Tarantinos Lieblingsfilm, The Good, The Bad and The Ugly. Natürlich macht er Western. In Glorious Bustards ist im Wesentlichen ein Italo-Western. Nur weil er es ja mag, heißt es ja nicht. Nee, nee, aber seine Filme sind aufgebaut. Ich bin mir ziemlich sicher. Seine Spannungsmomente sind aufgebaut wie Italo-Western. Das sind alles Elemente aus diesen Filmen, die du in seinen alten Filmen schon siehst. Gerade Reservoir Dogs ist ja voll von Mexican Stand-Off, diese Italo-Western-Momente, wer zieht zuerst, wer ballert wen um den Haufen. Das ist alles Italo-Western. Auch dieses Klausophobische sogar gehört schon zum Italo-Western dazu, diese Art von Spannungsaufbau. Also, diese Elemente sieht man überall. Dass er mit anderen Sprachen dreht, also auch Französisch, in Glorious Bustards, ja, das seh ich schon. Aber wenn ich jetzt ins Mittelalter gehe, wenn ich sehe, was er bei Glorious Bustards gemacht hat, er war ja sehr authentisch. Das war ja das Geile an den Glorious Bustards. Es war dieser authentische Punkt, was die Sprache angeht, wie mit der Sprache umgegangen wird. Alle sprechen in ihrer Landessprache. Und damit du weiterkommst, musst du die Sprache der anderen sprechen. Und zwar möglichst akzentfrei. Und selbst die Gebärden richtig können. Ich mein, jeder von uns ist im Kino zusammengezuckt, als er so die drei Drinks bestellt hat. Das sind diese Details. Das seh ich aber nicht in einem Mittelalterfilm. Weil Mittelalter, das sind wir erst mal nur bei komplett Französisch. Also, wenn Tarantino das machen würde, würde er einen komplett französischen Film drehen. Aber da er noch im Punkt diese Authentizität, bis er sie bricht am Ende, so wie du's erzählt hast, wenn er die noch weiter ausbauen will, muss er in ein mittelalterliches Französisch verfallen. Und das seh ich grade überhaupt gar nicht. Also, ich weiß selber schon gar nicht mehr, wie das klingt. Nur weil der Film in Frankreich spielt, heißt es nicht, dass er auf Französisch ist. Ja, aber was würde Tarantino tun? Das sagst du, das muss nicht so sein. Das glaube ich schon. Die Sache ist, ich hab jetzt leider kein Pro-Argument weiter für Star Trek gehört, sondern nur Gegenargumente für Florentine. Ich bin da tatsächlich der festen Überzeugung, dass natürlich das alles da eine Rolle spielt. Beziehungsweise, ich würde es mir, das ist auch der Wunsch, dass jemand einfach wirklich mit einem Film endet, mit dem man einfach überhaupt nicht rechnet. Und der eben trotzdem, und das ist das ja Geniale an ihm, dass er eben trotzdem im Genre, mit dem du nicht rechnest, er trotzdem seine Stempel letztlich aufbrechen kann. Es ist natürlich kein klassischer Hochglanzfilm, der in den Ladies' Nights mit Sekt gereicht wird. Natürlich nicht. Und dass ich nicht mehr despektierlich diesen anderen Filmen gegenüber meine. Sondern was macht ihn besonders? Es macht ihn besonders, dass er es tatsächlich schafft, dass die Liebesgeschichte eben nicht nur konventionell erzählt wird, sondern was ihn besonders macht, ist, dass jeder von euch mit Herz aus Stahl am Ende sitzt und sagt, krass, es hat noch nie einen Liebesfilm auf diese Art und Weise gegeben, der mich so gekriegt hat. Aber wie? Du sagst jetzt einfach, der Film schafft das. Wie? Er hat ja schon gesagt, wie. Er hat uns eine Szene geschildert, die wie aus einer Soap klingt. Also jemand sieht jemand anderen, wie er was macht, und dann ändert das alles den Verlauf des Plots. Wenn man zufälligerweise jemanden bei irgendetwas beobachtet hat, das sind Szenen, die würde Tarantino nie schreiben. Ich glaube, vieles passiert in seinen Filmen, aber nicht aus purem Zufall. Es ist immer aus irgendeinem Grund motivierend. Wer weiß, was der Film ... Sagen wir es mal so, ich hab immerhin ... Du hast mir auch erzählt, aber für mich seine Lieblingsfilme. Ich habe eine Geschichte schon mal erzählt, ob das jetzt der reine Zufall ist, ob das jetzt tatsächlich, wo du sagst, das ist jetzt irgendwie soapisch, ich hab es angerissen, ich hab hier kein Drehbuch vorgetragen. Ich hab die wenigste Story erzählt. Du schießt gerade gegen unsere Ideen, ohne auch nur ein einziges Argument, außer irgendwie Timelines zu analysieren, zu sagen, das könnte er, das ist irgendwie schon passiert. Sorry, also das funktioniert leider nicht. Du behauptest einfach nur, dass der Liebesfilm unkonventionell und brillant ist, aber du sagst nicht was. Du sagst einfach, Tarantino macht Liebesfilm, und deswegen ist er brillant. Ich weiß sogar wieder einen Film, den ich auch noch mit drin hatte. Marion Max, der wird nämlich tatsächlich in einem Liebesfilm es aber auch gelingen, bestimmte Szenen, nämlich das komplette Kapitel, was ja Leichenschmaus schon heißt und ja schon ein bisschen sehr seltsam ist, wird er, wie er es ja auch schon wiederum in Kill Bill geschafft hat, wo er ja auch animierte Elemente hat, wird er tatsächlich auch da reinbringen. Und für mich geht es ... Sorry, du beantwortest nicht meine Frage. Du sagst nicht, warum dieser Liebesfilm unkonventionell und gut ist. Es ist einfach, zehn Minuten davon sind animiert. Ja, und? So, das ist doch nicht die Qualität von Quentin Tarantino, dass er sagt, ah, jetzt mach ich zehn Minuten animiert. Was ist denn die Qualität von Tarantino? Und was bewegt ihr dann wirklich? Also bei den neuen Star-Trek-Filmen waren's ja die Charaktere. Er selber hat zum Beispiel gesagt, dass Chris Pine für ihn James T. Kirk ist. Er ist das, was William Shatner gespielt hat. Nicht er ist William Shatner, sondern beide sind der gleiche James T. Kirk für ihn. Und das ist dieser eine Punkt, der ihm die Augen geöffnet hat, warum dieser Film genial ist und warum er selber einen Star-Trek-Film machen möchte. So, was könnte er mit Chris Pine tun, was noch nicht getan wurde? Und was auch nicht vor allem, das hat ihn ja an dem neuen Kahn so gestört, an Into Darkness, dass es einfach nur von früher etwas kopiert und schlechter macht. Also was könnte er haben wollen? Es gibt diese schöne Rivalität, die in den neuen Star-Trek-Filmen noch nicht drin ist, die Rivalität zwischen den Klingonen und James T. Kirk. Also mit der Föderation natürlich im Ganzen, aber besonders, es ist auf einer persönlichen Ebene runtergebrochen, ein persönlicher Konflikt. In den alten Filmen auch ausgelöst durch den Tod von James T. Kirk-Sohn, durch einen Klingonen. Er hat sie gehasst. Und der große Star-Trek-Weg war natürlich, dass sie dann doch irgendwie zusammenfinden. Das war dieser fantastische Film, The Undiscovered Country. Und ich glaube, das ist der perfekte Film, aus dem er sich dann Elemente entlehnt, um seinen eigenen Klingonen-Antagonisten zu schaffen. Eine einzelne Figur, die gleichwertig zu James T. Kirk ist, die mit ihm zusammen einen Dialog in einer neutralen Zone, in einer kantinaähnlichen Szene an einem Tisch hat. Die zwei betteln sich nur über Dialog, um wie in einem Italo-Western zu münden in einer Schießerei, wie sie nur mit Fasern ausgetragen werden kann. Ich möchte sehen, in einem solchen Film wie Tarantino, wie sie sich nicht wie in Glorious Bastards unter dem Tisch hier die Eier wegfasern, sondern dass sie sich, weil das ein R-Rated-Film ist, sich ins Gesicht fäsern, dass es da wirklich brutal ist, eine andere Art von persönlich ausgeübter Rache ist. Ich muss nur daran denken, wie sie in Undiscovered Country Shakespeare zitiert haben. Welche Möglichkeiten sie eigentlich damit eröffnet haben, dass die Klingonen behaupten, dass Shakespeare im Original klingonisch ist und dass sie dann Shakespeare zitieren. Welche Möglichkeiten das für Tarantino sind, auch mit Shakespeare-Zitaten zu arbeiten. Wir wissen, wie gerne er mit klingonischen Zitaten schon arbeitet. Ich möchte einen Klingon, den Antagonisten des Filmes, rezipieren hören über Shakespeare in Gegenwart von James T. Kirk. Ja, aber das hat für mich überhaupt nichts mit Tarantino zu tun. Das ist für mich absolut Tarantino. Wie gesagt, ich finde, du hast vorhin den Western angesprochen, ich finde gerade, dass diese mittelalterliche Jeanne-Dark-Story total gut in dieses Western-Genre fällt. Du hast diesen Outlaw, du hast dieses junge Mädchen, das alleine in einem halbleeren, komplett feindlichen Gebiet einfach unterwegs ist. Du hast diese Konkurrenz mit dem Inquisitor. Aber Star Trek ist in seinen Grundzügen ja Western. Die Star Trek-Serie, die erste Star Trek-Serie war im Prinzip eine Sci-Fi-Western-Serie. Da müssen wir doch nicht drüber reden. Du kannst nicht einfach sagen, ja, Star Trek ist geil. Da sind wir ja bei Tarantino. Deswegen könnte ein Tarantino-Star Trek sein. Ein Space-Western-Star Trek. Ja, aber du setzt dich da auf fremde Lorbeeren. Du kannst ja nicht einfach sagen, nur weil Star Trek cool ist und du kannst nicht einfach 20 coole Filme zitieren und einfach sagen, ich präsentiere einen komplett neuen, originellen Stoff, der auch einfach durch Tarantino ... Der nicht originell ist, weil John Dark ist ja trotzdem eine Adaption. Also egal, was ist es nicht ganz original. Ja, das sind die Lorbeeren, die ich sehen will. Aber auf welche Art? Du sagst zu mir auf welche Art. Ich hab übrigens gleich, ich hab gleich noch ein fantastisches Argument, warum dieser Liebesfilm so anders ist. Aber du hast mir die Frage gestellt und auch wenn es natürlich jetzt einfach ist, aber du sagst, er macht das ganz anderes aus John Dark. Was macht er denn anders? Nee, er macht sich ganz anders. Er macht, sag ich mal, seinen eigenen Stil. Lorenzo, du hast ja bis zu einem gewissen Grad recht, wenn du sagst, ich setze mich auf fremde Lorbeeren. Aber ich setze mich hier auf Lorbeeren, für die ich mich gerade hier bewusst entschieden habe. Weil wir wissen nicht, worüber es in seinem Star-Trek-Film geht. Das kann auch Next Generation sein, das kann auch in 100 Jahren sein. Keine Ahnung, ob das überhaupt die Calvin-Timeline ist. Aber ich setze mich hier hin und sage, ich möchte diesen Film sehen. Das ist der letzte Film von Quentin Tarantino für mich. Ein Film, wo er sich mal aus seiner Komfortzone lehnt und ein Drehbuch einer anderen Person verfilmt. Das hat er noch nie gemacht. Doch, das hat er schon gemacht. Natural Born Killers? Das ist sein Drehbuch. Jackie Brown ist nicht sein Drehbuch. Nee, das ist sein Drehbuch, aber die Story ist nicht seine. Der hat sie adaptiert. Nee, Elmore Leonard ist doch ... Er hat nicht das Drehbuch geschrieben. Ich glaub, Tarantino hat das Drehbuch geschrieben. Können wir gleich weitergehen. Was ich sagen will, ist ... Du musst nicht sagen, dass Soundtrack cool ist. Nee, nee, pass auf. Wenn du Tarantino fragst, was ist sein Lieblingsfilm von seinem eigenen Film, das ist natürlich eine schwere Frage für einen Autorenfilmer, weil das ist, als wenn du jemandem einen Papa fragst, welches dann nicht das Lieblingskind ist. Das ist eine unmögliche Frage. Aber Tarantino kann sich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn ich mich entscheiden muss, ist es Jackie Brown. Warum ist es Jackie Brown? Weil es eben eine Adaption war. Weil das sehr schwierig für ihn war. eine riesige Herausforderung. Und warum sollte nicht der letzte Film, den Quentin Tarantino macht, eine größtmögliche Herausforderung für ihn sein? Aber der Konjunktiv ist ja schon ein halber Indikativ. Also ist es ja keine ... Zu sagen, oh, das wäre ... Ich möchte dir noch eine Antwort geben. Das ist nicht verstanden. Was müssen wir dort sagen? Dramatik. Du redest hier von einem Konjunktiv, dass er sich ja so krass aus dem Fenster lehnen würde, obwohl wir bereits wissen, dass er längst dabei ist. Das heißt, das ist ... Vielleicht kann sich immer noch gegen das Drehbuch entscheiden. Natürlich kann er sich das noch. Aber ich bin da völlig bei Florentin, einen Film zu nehmen, der gerade auf dem Blatt Papier steht, zu sagen, das wird der, reicht mir nicht. Es ist cheesy, ja. Aber es ist mein größter Wunsch auf dieser Erde, dass dieser Film entsteht. Auf jeden Fall. Das ist dein größter ... Wenn er noch alle Star-Wars-Filme wieder nachkommen, nach Episode 19 mehr, scheißegal, wenn nur dieser Star-Trek-Film entsteht. Ich lasse dir den Wunsch, aber eben nicht die Punkte. Das ist seine Entscheidung. Ich bin bei dem Punkt, weil du gesagt hast, was ist der Unterschied? Da versuche ich jetzt zwei verschiedene Dinge zu nehmen. Du hast es natürlich oft, dass in Liebesfilmen das Schicksal oft von außen letztendlich geändert wird. Es sind oft Zufälle, es sind oft magische Momente, die überhaupt dafür sorgen, dass irgendwie die Liebe kommt. Hier ist von Anfang an aber eine Tragik, dass es einmal der geplante Tod ist und dass die Gewalt, und das wäre etwas, was Tarantino in meiner Blase, weil ich kenne ihn ja nicht persönlich und auch nur, weil ich viele Sachen lese oder Interviews finde, sagt das nicht aus, dass nicht noch was anderes schlummern kann, dass sonst immer Gewalt von anderen zu anderen ausgeht. Und hier ist eben das Spannende, was ihn ja immer auch zum komplexen Drama macht, ist, dass hier die Gewalt ja nach innen geht. Er hat es eigentlich die ganze Zeit in der Hand und ist am Ende dann ja doch auch wieder ein bisschen Rachefilm, weil wenn du überlegst, aber auf sich selber. Er rächt sich an sich, weil er so unglücklich ist, dass er selber plant, bei seiner eigenen Beerdigung dabei zu sein, um eigentlich letztlich zu sehen, krass, was geht hier eigentlich ab? Und möchte dann sterben. Es heißt, er rächt sich an sich selber noch, sich wirklich kurz, unmittelbar vor dem Tod, weil er es eigentlich nicht mehr aushält, sich eigentlich noch mal die größtmöglichen Schmerzen selber zuzufügen. Okay, wir müssen zum Ende kommen. Sehr gerne. Also, Marco. Nein, jetzt mach ich erst mal. Den Fact-Check machen wir gleich. Marco, ich muss sagen, du bist mir dazu analytisch rangegangen, eher von der Warte aus, was ist realistisch, was eintritt und warum. Das hast du sehr gut analysiert. Man sieht, warum du dich gerne mit Filmanalyse beschäftigst. Was die kreative Leistung angeht, bist du dir aber doch ein bisschen abgefallen. Da hätte ich mir schon einen eigenen Pitch, auch vielleicht irgendwie mal ein paar Charaktere, irgendwie ein bisschen was gewünscht. Und jetzt nicht nur, was ist wahrscheinlich, was er vielleicht macht, aufgrund der Interviews oder der Dinge, die du schon über ihn weißt, sondern einfach, ja, du bist heute Tarantino und du kannst den Leuten irgendwas, du kannst im Filmstudio was pitchen, ohne dein Wissen, das du jetzt hast. Da bist du mir kreativ ein bisschen jetzt gerade abgefallen, auch wenn ich es als hochinteressant finde, was du über Star Trek und so weiter sagst und ich nicht weniger Bock auf so einen Star Trek-Film habe, wie du. Kommen wir zu den beiden, die kreativ, finde ich, ein bisschen mehr geboten haben. Wir haben auf der einen Seite ein bisschen detaillierter oder deutlich detaillierter, fast schon einen ganzen Drehbuch-Pitch mit Charakteren. Wir haben hier Joe, der hat eine Depression, wir haben vier Kapitel, er trifft Anne und so weiter. Also, du hast sehr viel erst mal in den Ring geworfen für deinen Liebesfilm und ich glaube, ich habe auch schon mal irgendwo gesagt, dass mich auch ein Liebesfilm von Tarantino sehr interessieren würde, einfach weil es so mit den Erwartungen in einer gewissen Weise bricht. Was mir hier aber so ein bisschen gefehlt hat, ist, es ist, im Prinzip hast du erst mal einen Film gepischt, aber ich sehe noch nicht, wo das ein Quentin-Tarantino-Film ist. Also, wenn jetzt die Frage war, Pitch in einen geilen Film, könntest du den genauso sagen. Oder Pitch in einen Film von Stanley Kubrick oder Pitch in einen Film von whatever. Mir fehlen so ein bisschen, Quentin Tarantino steht ja für ein paar Sachen. Was weiß ich, geile Dialoge, coole Musik, Zitate und so weiter. Wo finde ich das in dem Film? Du hast einen sehr originellen und einen interessanten Film gepitcht, gerade mit diesem Selbstmord oder mit diesem Plant die Beerdigung und dann stirbt er auf der Beerdigung und so. Aber ich habe da noch nicht so... Das habe ich übrigens nicht gesagt. Das steht noch offen. Nee, aber ich habe ja auch... Ja, okay, das ist noch offen, aber ich habe ja auch Plant die Beerdigung und... Ja, er plant... Joe... Joe... Joe. Joe Plant die Beerdigung. Aber er täuscht seinen Tod ja vor. Genau. Aber die lässt die Bombe platzen auf der Beerdigung mehr oder weniger. Habe ich das richtig verstanden? Das weiß man nicht. Nicht mal der Drehbuchautor, weiß ich. Doch, ich weiß natürlich, wo die Reise hingeht. Dann haben wir... Machen wir jetzt nicht hier alles. Burning John Dark, eine 16-jährige Kicksass im Mittelalter. Mit Christoph Waltz als Inquisator. Da hat man natürlich schon irgendwie so direkt... Also das kann ich mir schon vorstellen, irgendwie auch wenn ich den Einwand von Marco berechtigt finde. Wie würde er das machen? Würde er dir da einfach normales Street-Englisch reden lassen oder so? Zum Beispiel? Ja, aber da hättest du... Ich kann mir nichts zu Wort ohne... Zum Beispiel. Ich hab die ganze Zeit... Ich find die Idee nicht schlecht. Aber ich hab die ganze Zeit gewartet irgendwie... Ich liebe deine Ernsthaftigkeit dabei. Ich hab wirklich die ganze Zeit darauf gewartet, dass du mal ein bisschen was erzählst. Weil ich mein, es gibt schon Jean-Dark-Filme und es ist jetzt irgendwie gut, Christoph Waltz zu nennen, weil der halt auf der Quentin Tarantino-Checklist steht, alles klar. Aber was passiert denn da? Also außer, dass du offensichtlich eine Faszination für diese 16-jährige Powerfrau sozusagen hast, hab ich da jetzt noch nicht erkannt, was das zu seinem Magnus Opus machen würde. Also da hat mir das auch noch ein bisschen gefehlt. Und da dann... Der hat gelobt. Ja, insgesamt muss ich dann den Punkt einfach dem Dominik geben, weil er da doch am meisten Leidenschaft für mich dann reingesteckt hat, dem Ganzen, ähm... Am meisten Saft einfach. Da kann ich am meisten Saft rauspressen. Das Potenzial war bei dir da, hast du aber nicht gemacht. Die anderen beiden haben auch sehr viel gelabert. Aber es ist sonst ja nicht deine Schwäche, dass du, ähm, Redezeit dir erkämpfen musst. Du hast hier einen Heimvorteil, da hätte ich dann auch erwartet, dass du sagst, Leute, ich will jetzt noch mal was über Jean-Dark sein. Das hast du nicht gemacht, deshalb kriegst du den Punkt nicht und musst dich zu deinem Schreckharten aufs Sofa setzen. Tschüss. So. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt können wir den, äh, die Fakten checken. Ich glaub, das gab's noch nie, dass Florentin mit Nullpunkten ausscheidet. Dankeschön. Kein Problem. Ähm... Ich wollte nicht gegen ihn. Daniel, was sagst du? Ja, ist das Problem. Hast du mal ein Finale gesehen? Ähm, alles... Ja, ich muss... Ich geb dir eigentlich vollkommen recht, Eddie. Ich bin da eigentlich echt auf deiner Seite, weil ich fand halt leider so schön die Ideen waren von, äh, von Florentin. Da war aber irgendwie... Fehlt mir die Motivation von der ganzen Geschichte so, ja? Ich kam nicht so ganz zu Wort, aber es ist völlig richtig. Es ist keine Ausrede, aber es stimmt schon. Ja, und bei Marco, da muss ich aber sagen, da hast du aber ein bisschen viel rausgeballert, was jetzt nicht so ganz, äh, übereinstimmt mit den bisher... Oh, boop, boop, boop. Ja, komm. Ich erzähl dir jetzt mal, ich erzähl dir jetzt mal, was Quentin Tarantino zur Timeline gesagt hat von Calvin. Ja. Von wegen, ähm, mein Freund Fred Reskin hat versucht, ebenfalls mitzuerkirchen, ich kapier's trotzdem nicht. Irgendwas ist im ersten Film passiert, das sämtliche Ereignisse ungeschehen macht, das kauf ich einfach nicht ab. Ich mag es nicht. Ich kann es nicht leiden. Scheiß drauf. Ja. Das klingt für mich nicht, als wäre er Fan der Calvin. Aber davon hab ich doch erzählt. Ich hab doch erzählt, äh, dass er mit diesem ganzen Timeline-Zeug nix anfangen kann. Abrams hat's auch versucht, ihm zu erklären, und er versteht es einfach nicht in He Doesn't Care. Also, er sagt auch, dass Cumberbatch für ihn als Khan völlig irrelevant ist. Also, weil er, weil für ihn gibt's nur eine Timeline quasi. Ja. Aber ich sage, er spielt in der Calvin-Timeline, weil er mit den Darstellern arbeiten möchte. Lass mal meinen. Okay. Bei denen ist es aber auch noch fragwürdig, weil die stehen ja gerade, die stehen ja gerade mit Paramount in Clinch, was die Gagen angeht. Also, ob die überhaupt nochmal zurückkehren, steht halt auch noch in den Sternen. Ja, ja, klar. Und eine kleine Bemerkung, die ich noch erlauben möchte. Reservoir Dogs ist eigentlich schwerwiegend City on Fire von Ringo Lam und hat mit Western so gut wie kaum zu tun. Ja, und das ist auch wirklich, eins zu eins sind da Szenen direkt übernommen worden. Also, Tarantino ist auch ein riesengroßer Asiakino-Fan, was man ja allein schon mit Kill Bill festgestellt hat. Da würde ich auch dieses Argument, hätte ich da auch nicht so wirklich als Frage. Ich müsste mal natürlich fragen, ob Ringo Lam nicht Italo-Western mag, aber das machen wir an der Stelle jetzt nicht. Ich glaube, es ist safe zu sagen, dass trotzdem der Einfluss von Italo-Western bei Tarantino immer deutlich zu erkennen ist. Wir schauen nochmal aufs Ergebnis des Votes. Was sagt denn unsere Community? Na, haben wir was? Burning Gene. Burning Gene, Star Trek und Broken. Ja, Florentin hat hier natürlich ein Stein in der Welt. Ich freue mich über 23,4 Prozent, wenn 23,4 Prozent auf der Welt in diesem Film geht. Aber sie kennen ihn ja auch nicht so, wie ich ihn kenne. Wir machen Werbung und nach der Werbung geht's hier in unsere Schnellrad-Runde mit unseren beiden Gästen Marco Wiesch und Dominik Posch. Bis gleich. Filmfights So, willkommen zurück zu Filmfights und wir starten ins Finale. Marco und Dominik haben sich durchgesetzt gegen Florentin. Das muss man auch was auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin froh, dass ich nicht gegen im Finale bin. Das war mein Angstgeber tatsächlich, weil Florentin in dem Finale super stark ist. Ja. Find ich schon, das kann Florentin. Aber da kommt die alte Frank-Elstner-Schule raus super schnell auf etwas antworten. Ja, aber genug von Florentin, der sitzt jetzt beim Daniel. Wir machen jetzt das Finale und kommen jetzt zu der Speedrunde, die sich folgendermaßen ergeben wird. Er bekommt eine Frage und dann kann derjenige, dann können die beide antworten. Der, der zuerst antwortet, hat ab dann, ab dem Zeitpunkt, 30 Sekunden Zeit, dann ist der andere dran, 30 Sekunden Zeit, sein Argument, dann nochmal 15 und nochmal 15 Sekunden. Also denkt dran, wer als erstes antwortet, hat den Nachteil, dass er auch als erstes argumentieren muss. Es kann auch mal eine Entweder-Oder-Frage sein, also zum Beispiel Bud Spencer oder Terrence Hill, dann hat der andere natürlich, wenn der erste Bud Spencer hat, der andere automatisch Terrence Hill. Aber ist es klar, was dann damit gemeint ist? Also gegeneinander kämpfen zum Beispiel? Es wird aus der Frage ersichtlich. Ansonsten kreativ antworten. Genau. Und damit starten wir in die Speed-Runde. Ach, das kann ich auch close auf mich. Mach nochmal close auf mich. Die erste Frage. Wir bleiben bei Tarantino. Welcher Tarantino-Film hat den besten Soundtrack? Boah, da führe ich mich schwer. Ähm, ich finde Hateful Eight. Weil Hateful Eight ist sein mutigster Film, was den Soundtrack angeht, weil es streng in mir kein Soundtrack ist, sondern ein Score, ein richtiger Filmscore. Es war der erste und einzige Film bisher, bei dem man extra einen Filmscore hat komponieren lassen und das von dem großen Ennio Morricone, den Tarantino als den Oscar bekommen hat, nicht umsonst mit den großen klassischen Pianisten ihrer Zeit verglichen hat. Das ist nicht einfach nur ein Filmkomponist, das ist ein großer, klassischer Komponist und deswegen ist es der beste Score. Ich habe vor allen Dingen eine Szene im Kopf und da geht es für mich gar nicht um einen kompletten Score, sondern einfach wie damals, als ich 16, 17 Jahre alt war, diese Kampfszene oder einfach dieses Epochale in Kill Bill gesehen habe, weil ich einfach da in den Kampfszenen einfach die Musik nochmal, das Ganze nochmal irgendwie verstärkt hat und das hat mich total fasziniert. War für mich jetzt nicht an allen Stellen ein ganz klassischer Soundtrack, aber es war für mich etwas, was tatsächlich eine komplett andere Welt, zumindest in meine Kinowelt geholt hat, nämlich das asiatische Kino, das aber kombiniert mit dieser Musik. War toll. 50 Sekunden nochmal. Sag mir einen einzigen Song aus diesem Film. Also ich kann dir sogar einen nennen aus Kill Bill, aber sag mir einen einzigen Song daraus. Hat dich doch so sehr beeindruckt. Das ist meine Frage, ist doch egal, ob meine Zeit läuft, sag ruhig. Ich muss tatsächlich damit, damit mich ein, damit mich ein Song beeindruckt, muss ich jetzt gar nicht direkt die komplette Klaviatur oder den Namen kennen. Es reicht, wenn ich mich daran erinnere, dass Musik in Kombination mit Szenen mich beeindruckt haben. Und dafür muss ich tatsächlich nicht wissen, wie dieser Song heißt. Also ich bin... Du hast nicht mehr keine Zutrede Zeit. Ich bin konzentriert. Nein. Du darfst nichts mehr sagen. Jetzt darf ich wieder reden, oder so? Nein, nein, es ist vorbei. Es ist vorbei. Das sind die Speedrunden. Deswegen habe ich dich auch so fragend angeguckt. Der stellt mir jetzt wirklich eine Frage. Keine Ahnung. Unheimlich schwer, weil ihr beide sehr schlecht argumentiert habt. Aber... Keine Ahnung, ey. Dann gebe ich den Punkt für Marco wegen Ennio Morikone. Ja. Ich muss auch immer sagen, ich meine dadurch, dass wir beide... Also einfach zu sagen, der hat mir gefallen, okay, aber das reicht mir nicht. Es gibt so viele Mann, es gibt so viele fucking Songs. Ich weiß, aber mir ist nichts eingefallen. Es gibt so Filme, die nur über... Egal. Das ist diese Angst über Filmfights. Ich will nichts von ihm hören. Doch, jetzt nehme ich die zweite Frage. Welcher Regisseur... Ach so, die Frage erste kam übrigens von Anki the Monkey und jetzt die zweite Frage kommt von Lustig78. Das könnte ich sein, weil ich bin 78 geworden. Sehr lustig. Welcher Regisseur wird am meisten überschätzt? Christopher Nolan wird meiner Meinung nach am meisten überschätzt, was nicht bedeutet, dass er schlechte Filme macht, um Gottes Willen. Die sind alle sehr gut. Aber speziell, wenn man auch sieht, mit was für einer Energie, mit was für einem Hass Fans auf jeden Funken Kritik eingehen, verstehe... Also ich verstehe es tatsächlich nicht. Seine große Schwäche ist für mich tatsächlich, dass es ihm nicht gelingt, die richtig großen Emotionen zu generieren. Dass er wirklich Charaktere so entwirft, dass sie mir direkt auch ans Herz wachsen. Das heißt jetzt nicht direkt wie der Emo-Dominik, sondern ich möchte richtig mit Figuren leiden. Bei mir ist es Oliver Stone, um hier ein bisschen bei Tarantino zu bleiben. Tarantino hat sich aus dem Natural Born Killers rausstreichen lassen als Drehbuchautor, weil er diesen Film und wie Oliver Stone ihn umgesetzt hat, hasst. Abgrundtief hasst. Er hat das so zusammengefasst, dass Oliver Stone Movies macht und er macht Filme. Also Tarantino macht Filme. Das ist das, was Oliver Stone nicht macht. Das hat alles diesen Video-Look. Es ist platter, als man denkt. Gerade wenn man Oliver Stone auch in Interviews hört und auch zu politischen Fragen hört, gerade in Russland-Bezug, ist er in Wirklichkeit ein sehr einfältiger Mensch, der das Glück hatte, die richtigen Drehbücher zur richtigen Zeit zu verführen. Christopher Nolan hat natürlich tolle und großartige Bilder geschafft, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wenn ich mir alle Filme anschaue, das Gefühl habe, okay, er kann sich irgendwie wieder neu erfinden. Es hat immer irgendwie was Kühles. Also ich würde mir bei ihm einfach mal ein bisschen mehr Variation und weniger. Es muss alles cool. Es ist alles super ernst. Also ich verstehe, woher das kommt, dieser Gedanke, dass Christopher Nolan etwas überschätzt wäre, aber für mich ist Christopher Nolan ja dann doch zeitgenössischerweise einer der intelligenteren Mainstream-Regisseure, wenn nicht der intelligenteste Mainstream-Regisseur, den es gerade auf dieser Welt gibt. Und ich glaube, wir haben einiges zu verdanken, was Film angeht. Du sollst gegen Oliver Stone, nicht gegen Christopher Nolan argumentieren. Echt? Nee, für Oliver Stone? Scheißegal. Echt? Darf ich nicht dagegen haben? Ruhe! Ruhe im Saal! Also, ähm, ich finde, Marco, du hast, ähm, mir ein bisschen zu sehr wieder analysiert, so was generell über Oliver Stone gesagt wird. Komm, sag du, ich will von dir deine Meinung, nicht so sehr, was du über irgendwen gelesen hast. Ich weiß, dass du sehr belesen bist über all die Leute und ein großes Filmwissen hast, aber ich will deine Emotionen und das ist das, was du Nolan auch vorwirfst. Das kann ich sehr gut teilen. Er kann viel, aber Emotionen kann er, glaube ich, wirklich nicht. In dem Punkt, ähm, hast du mich überzeugt und deshalb geht der Punkt an Dominik in Sachen Christopher Nolan. Hauptsache nüchst du null. Ich darf da nicht dagegen also mit dir machen. Du kannst machen, dass du willst. Doch, darf ich. Sollte doch. Es ist Finale, mir ist jede Waffe recht. Alles egal. Okay, okay, okay. This is how we roll. Okay, okay. Die dritte Frage kommt von Hammel. Ich hab's richtig gelesen. Vermutlich nicht. Ähm, welches, was? Ja. Welches Studio hat die besseren Filme gemacht? Pixar oder Ghibli? Ghibli hat auf jeden Fall die besseren Filme gemacht, dadurch, dass es eigentlich keine wirklichen Franchises gibt, was erstmal kein Qualitätsmerkmal ist, aber sie haben immer wirklich wieder geschafft, eine komplett neue Welt zu erschaffen, in einer philosophischen Art und Weise, die immer noch viel tiefgrüniger geht, die noch viel berührender ist und die mich vor allen Dingen noch viel weiter wirklich irgendwie rausträgt. Und das ist etwas, was ich bei Studio Ghibli wirklich liebe, von einem kleinen, harmlosen Kikis, kleiner Lieferservice bis zu einem brutalen Prinzessin Mononoke. Range ist größer. Ähm, ich kann das verstehen, ich find beide, es ist eine super fiese Frage, weil beide Studios grandios sind. Gerade Ghibli hat mich ja auch mit die letzten Glühwürmchen wirklich zum Weinen gebracht, und zwar aus innerstem, tiefstem Herzen. Aber dafür hat dieser Film auch den ganzen Film gebraucht. Wenn ich nur einmal oben in den Blu-ray-Player einlege, bin ich nach zehn Minuten komplett fertig und lieg weinend am Boden. Und das ist jedes Mal so, wenn ich diesen Film gucke. Ich bin mit Pixar aufgewachsen, Pixar bedeutet mir persönlich unheimlich viel, es ist einfach Teil meiner Kindheit, Ghibli habe ich sehr spät für mich entdeckt, und deswegen, aus der persönlichen Warte ist für mich deswegen Pixar das bessere Studium. So viel ich auch bei Pixar-Filmen selber schon weine, eigentlich fast auch bei sämtlichen, sind aber die Geschichten am Ende dann bei Ghibli doch nochmal deutlich komplexer. Sie gehen nochmal viel mehr in Details hinein, und das ist etwas, was ich toll finde, das ist viel einfacher für den... Ja, aber Pixar schafft es immer in einem sehr Mainstreaming, was sehr Mainstreaming daherkommt, wie Monster AG oder auch oben oder Inside Out, wo man auch erst gar nicht versteht, wo diese Idee herkommt, so viel tief und Herz reinzubringen, dass es so selten, nicht umsonst ist das meist ausgezeichnete Studio auf der Welt, das hat Ghibli so nicht immer ganz geschafft. Die Frage war fantastisch und super fies. Es war fies, beide grandios. So, die Frage müssen die Typen auf dem Sofa beantworten, ich kann die nicht beantworten. Florentin, wer hat dich überzeugt? Oh, schwierig. Es ist wirklich schwierig, ich meine, es ist natürlich schon eine Aussage, dass Marco natürlich in seinen ersten 15 Sekunden erstmal für Ghibli auch argumentiert. Ich fand das Argument mit der größten Range bei Ghibli absolut gut und klar, man kann bei oben immer die ersten 15 Minuten anführen, muss dann aber auch den Rest des Films Was passiert denn in den letzten 15 Minuten? Irgendwie gehen, von daher wäre ich hier bei Ghibli, bei Dominik. Okay. Aber das ... Ich auch. Aufsichtlich. Der Punkt geht an Dominik, weil ich tendiere auch ein bisschen dazu. Aber nicht so sehr, weil das, was ihr gesagt habt, sondern weil Ghibli halt einfach geiler ist. Aber okay, sehr schöne Frage von Pammel. Jetzt kommen wir zu einer Frage von Megabohne. Alleine noch diese vier Namen bislang sind schon das Pro-Argument für gegen Klarnamen im Internet. Ich liebe es. Welches ist das bessere Sequel? Blade Runner 2049 oder Mad Max Fury Road? Mad Max Fury Road ist das bessere Sequel, auch egal, wie fantastisch Blade Runner ist, der am Ende ist aber da doch dann ihm gelingt oder eher etwas nochmal zu kopieren. Für mich ist Mad Max Fury Road einfach Cirque du Soleil auf der Leinwand. Ein Film, der mich da wirklich dafür gesorgt hat, dass ich ein Herzrasen hatte. Ich überhaupt nicht wusste, was mit mir in diesem Saal passiert. Die Musik ist perfekt eingesetzt. Das Ding hat einfach ein Tempo und schafft es eben etwas völlig Einmaliges zu schaffen und eine Welt, die es zwar schon gibt, aber nochmal in einer komplett anderen Art und Weise, in einem ganz anderen Scope zu erschaffen. Also ich liebe Mad Max Fury Road, aber Mad Max Fury Road hat natürlich den Luxus, dass es auf sehr viel schlechtere Filme folgt und wirklich was komplett Eigenes machen kann, weil das so eine Jesusgeschichte ist. Jede Story ist eine einzelne Story von Mad Max. Aber Blade Runner 2049 steht vor einer unfassbaren Herausforderung. Es folgt auf einen der besten und wegweisendsten Filme aller Zeiten und hat hier es geschafft, eine komplett eigene Geschichte zu erzählen, die nicht die andere Story davor entmystifiziert. Das war die Gefahr aus dem Matrix-Film. Das macht dieser Film nicht unfassbar genial. Das muss man erstmal schaffen in einem Sequel. Für mich ist es aber immer noch Mad Max Fury Road, wenn man sieht, dass ein Action, so ein Film, der mit wenig Drehbuche ist, trotzdem ihm es immer noch gelingt, nicht dumm, nicht stumpf zu sein, sondern wirklich Bilder, die ich mir immer wieder und immer weiter anschauen kann, ist es für mich ein anderes Erlebnis. Es ist ein tolles Erlebnis, aber audiovisuell war dann Blade Runner für mich noch mal ein größeres Erlebnis. Also in diese Bilder einzutauchen, Roger Deakins, der dann endlich dafür endlich mal einen Oscar bekommen hat, so verdient. Ich hab selten so eine transzendale Filmerfahrung gehabt wie bei Blade Runner 2049. Nicht mal beim Vorgänger. Leute, ich brauch Urlaub nach dieser Sendung. Was soll ich denn da machen jetzt? Ja, das war, sind beides tolle Sequels, beides gut argumentiert. Und ich finde, Marco hat gut rausgearbeitet, dass Blade Runner das schwerere Erbe hatte und deshalb geb ich den Punkt an Marco. Völlig fein. Damit steht es 2-2, ne? Boah. Und wir kommen jetzt zum absoluten Decider. Mensch, ist das spannend. Und das ist mal wieder eure Einsendung. Daniel Schröcker hat gefragt, welcher Film tut am meisten weh? Und wir schalten mal rüber zu Daniel. Ja, ich hab unserem Kollegen Fabian eine Auswahl geschickt. Es haben wirklich ein paar richtig schöne, ja, also die Leute, die mitgemacht haben, haben ein paar wirklich richtig schöne Auswahlen getroffen. Und wir haben uns jetzt letztendlich für diese Auswahl entschieden. Welcher Film tut mehr weh? The Green Mile oder Hachiko? Hachiko tut auf jeden Fall mehr weh. Dadurch, dass er nochmal auf ein ganz anderes Element auf Menschen trifft. Wir haben es schon total oft gesehen, was passiert, wenn ein Mensch einen Menschen verliert. Aber wie es aussieht und was einem das Herz bricht, wenn ein Hund immer wieder und immer wieder seine Loyalität beweist und einfach zeigt, dass Hunde die besseren Menschen sind, sorgt am Ende dafür, dass man bei The Green Mile, der auch ein bisschen überzuckert ist, die Tränen, die die Augen trocken bleiben können. Bei Hachiko hat man kein Herz, wenn man nicht weint. Ich liebe Hunde und mir würde da zwar auch das Herzbluten, aber ich kann auch nicht umhin zu verstehen oder versuchen zu verstehen, wie die Natur von Hunden funktioniert. Und dann ist das Element der Liebe gar nicht so stark vorhanden in Hachiko, wie es in Wirklichkeit eigentlich ist, also wie die Natur funktioniert. Insofern ist der Film bis zu einem gewissen Grad sehr, sehr, sehr prätentiös. Und Green Mile dagegen, ich schaue in die Augen von Tom Hanks, ich schaue in die Augen des Gefangenen und da ist es auf einer menschlichen Ebene, auf einer schauspielerischen Ebene, funktioniert das für mich und es wird nicht einfach ein Hund vorgeschoben, ich muss ihn angucken und deswegen sofort Liebe empfinden. Tatsächlich ist es bei Hachiko nicht nur so, dass man nur den Hund anschauen muss, sondern eben diese ganze Geschichte, alles, was da rum passiert. Dagegen ist beispielsweise, oder in dem Fall Green Mile, weitaus mehr im Kitsch und weitaus cheesiger und auch eigentlich dann am Ende trotz alledem das schwächere Drehbuch, weil er einfach nicht diese Magie ausstrahlt. Aber beide baden ein bisschen im Kitsch. Die Frage ist, welcher Kitsch uns wirklich zutiefst erreicht. Und bei dem einen kommt es mir eben prätentiös vor, weil es eben durch Hunde sehr leicht vorgeschoben ist, während es bei dem anderen auf einer zutiefst menschlichen Ebene funktioniert. Das ist auch einer der wenigen Filme, die Stephen King und seinen Verfilmungen wirklich schätzt. Und was sollte ich am Film schätzen? Ja, also bei dem einen hast du einen traurigen Hund, beim anderen hast du einen Tom Hanks mit dem Hundeblick. Also so weit sind die nicht entfernt. Ich weiß es nicht. Leute, was sagt ihr? Ist schwierig, aber ich kann es in diesem Moment auch nur persönlich entscheiden. Ich finde halt, die Tatsache spricht für sich, dass Hachiko halt auf einer wahren Geschichte basiert. Und ja, Lasse Halström ist ein Mann, der gerne auf die Tränendrüse drückt, aber ich finde, der macht es halt hier im richtigen Maße und eben mit einer wirklich starken Geschichte im Hintergrund und im Hintergrund. Und Green Mile, tut mir leid, der bessere Knastfilm ist eindeutig Shawshank Redemption. Ja, aber da gibt es keine wiederbelebte Maus. Also, muss man auch sagen. Wie siehst du das, Florentin? Wer hat hier besser argumentiert? Schätze sagen, ich habe leider Hachiko nicht gesehen, deswegen kann ich da, muss ich mich hier leider enthalten. Danke, Florentin. Es ist so schwer. Ähm, ich finde, ihr habt beide gut argumentiert, aber wenn es in Sachen Kitschigkeit geht, finde ich tatsächlich Green Mile noch einen Tacken kitschiger und deshalb gebe ich den Punkt Hachiko. Es tut mir leid. Passt schon. Und damit auch dünn heute Dominik Posch, meine Damen und Herren. Wahnsinn. Diese Runde Filmfight. Es war ein wirklich enger Fight heute. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es wurde richtig schön gefeiert. Ihr habt Florentin, den Champion, der hier immer gewinnt, rausgekegelt. Das könnt ihr auf jeden Fall beide schon mal mit nach Hause nehmen. Ich nehme das auf jeden Fall mit nach Hause. Das soll es erst mal mit Filmfights gewesen sein. Die nächste Folge kommt am 13.9., glaube ich. Mit Rockstar Max Nachtsheim ist am Start dann unter anderem und das wird wahrscheinlich auch wieder eine sehr schöne Folge. Also schaltet dann wieder ein. Wir gehen jetzt erst mal das Wochenende. Das war es mit Filmfights. Danke Marco, danke Dominik, danke Florentin, danke Daniel. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Filmfights